Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Peek mit Niek. Hi. Und Lars. Let's go, ich heiß wieder Lars. Und mir, Uruboy. Heute haben wir das wunderschöne Thema Ineo Asano. Ja, das ist ein Manga, falls das nicht so läufig ist. Das ist ein Manga. Wer kennt nicht den Manga Ineo Asano? Das sind einige Mangas, tatsächlich. Das sind viele Reihen, über die wir heute labern, die ein Mann gezeichnet hat. Und wir reden über die One-Shots, über die neuesten Werke, über die bekanntesten Werke und vielleicht sogar Nischenwerke, die mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. Richtig. Oder weniger. Oder weniger auch, ja, beides. Tatsächlich, ja. Ja, ein sehr kontroverser Manga-Car, der, ja, ich denke, in unserer Bubble sehr, sehr bekannt ist. Bekanntestes Werk, müssen wir gar nicht drüber reden. Gute Nacht, Punpun kennt eigentlich jeder. Ist auch von den ganzen Lizenzen, die Tokio Pop von dem Mann hat. Die einzige, die sich anscheinend so gut verkauft, dass es noch nachgedruckt wird von diesem Verlag. Ab und zu mal, ja. Ab und zu mal. Und der Schuhe war auch eher so semi. Das war lange auch vergriffen. Ähm, ja, Fakt ist, dass wir jetzt eigentlich alle drei fast alles oder sehr viel oder 90 Prozent von diesem Mann gelesen haben. Also, wenn einer was nicht gelesen hat, hat der andere es gelesen wahrscheinlich. Die wichtigsten Sachen haben wir alle gecovert und dann dachten wir, hey, bevor wir jetzt eine gute Nacht, Punpun-Folge machen oder keine Ahnung, sonst was, machen wir eine Ineo Asano-Folge, reden wir mal über diesen Mann. Ich rede sehr selten in meinen Videos über den, also wirklich arschselten, ich durfte einmal über den geredet. Und deswegen bietet sich diese Folge ja an. Ich glaube, Lazar hat in irgendeinem, Digga, der hat in irgendeinem TikTok mal, da war ich noch nicht mal mit dem cool, da hat er so gesagt, da hat er so eine Hot-Take-Show gemacht und hat so gesagt, da hat er gesagt, der Fame, den Naoki Urasawa kriegt, der gebührt eigentlich Ineo Asano. So hab ich das nicht gesagt. Doch, das hast du genau so gesagt. Hab ich nicht. Der Fame, den dieser Typ hat, den verdient eigentlich er hier. Und dann hast du sein Bild eingeblendet. Das weiß ich noch ganz genau, ich such's dir raus. Also ganz ehrlich. Das Video ist, glaube ich, gar nicht mehr online, aber ich meinte, das Hot-Take war ja ... Soll ich das jetzt ausführen? Okay. Das Hot-Take war eigentlich, dass Urasawa ein bisschen zu viel Credit für seine Storys gibt, weil er sie eigentlich nicht alleine schreibt. Okay? Er hat einen Co-Autor, Takashi Nagasaki, Urasawa-Folge, wir führen das noch aus. Ähm, und dass es dann einen anderen gibt, der in der heutigen Zeit Mangas veröffentlicht, den ich genauso gut finde, der genauso gute Storys auf seine Art schreibt, der aber nicht so viele Credits kriegt. Und das ist Asano. Und ich fand, das war ein ... Ich finde, das ist ein Welle-Take. Ich finde, Asano kriegt tatsächlich sehr wenig Aufmerksamkeit für alle seine Werke. Für Punpun bekommt er mittlerweile sehr viel Aufmerksamkeit, aber wenn man sich so seine anderen Lebenswerke anschaut, dann ist da eigentlich gar nicht mal so viel. Ähm, woran das eventuell liegen könnte, sehen wir vielleicht, wenn wir uns das neueste Werk nochmal anschauen. Aber, ähm, es ist halt klar, dass Punpun da heraussticht, weil, ähm, wir können grob sagen, Inio Asano spricht so mal im Groben mit seinen Werken so eine edgy, jugendliche, ähm, Szene an, oder? Ja. Dieses Love-Hurt-Depresste, sehr, also so, dieses erste Mal, wo du ins Leben ins Diepe reinkommst, weißt du, was ich meine? Und so, und das hat alles immer so einen bitteren Beigeschmack. Also, es sind auf jeden Fall sehr, ähm, sehr ernste Werke. Ich glaube, auch Asano ... Asano ist der Mangaka, äh, den ich mir geben würde, so, wenn ich vorhabe, eine EP zu schreiben. Ja. Und vorher, vorher gebe ich mir Asano, damit ich in den Mood komme, weißt du, was ich meine so ... Haben wir nicht Musiker mit Mangaka im Verglichen und gesagt, Asano ist Lil Peep? Ja, ja, genau, genau, genau. Es ist so, es ist so das auf jeden Fall. Ja, wobei, das finde ich nicht. Also, den Vergleich, den finde ich hinkend. X, 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 Tentacion. Oh, das seh ich schon eher tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, natürlich. Also, ich find für Lil Peep, also Lil Peep ist, der ist schon ... Ah, wir können jetzt keine Musik vorher rausmachen, aber ich find, Lil Peep ist nicht kantig genug, um Asano zu sein. I guess. Wisst ihr, was ich meine? So, edgy, so ... Asano ist so ein bitterer Mangaka. Hm. Ich glaub, er ist auch als Person ein bisschen bitter. Also, ich muss noch ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich, ich erkenne die Mangakunst an bei Asano. Können wir gleich im, äh, Detail ... Ich, ich, ich erkenne das Talent auf jeden Fall an. Aber beispielsweise war auch keiner seiner Manga in meinem Top 15. Und ich muss sagen, ähm ... Muss ja nicht sein. Ich, es liegt vor allem an einer einzigen Sache. Es passiert eigentlich nie, dass ich einen Asano-Manga lese und Spaß damit hab. Es ist immer nur so, dass ich hinterher irgendwie gecrushed bin oder nachdenke oder mir denke, ja, okay. Also, weißt du, ich hab jetzt nicht das Bedürfnis, es noch mal zu lesen. Ich hab ... Das ist tatsächlich sehr oft so, weil, weil der halt ne, auf ne realistische und auf ne kalte Art Dinge anspricht, die ich, mit denen ich mich ungern auseinandersetze so die ganze Zeit, weil das macht einen traurig. Ja. Bisschen. Ich hab auch mit den meisten Mangas von ihm eigentlich nicht wirklich Spaß im herkömmlichen Sinne. Alter, als ich Pum-Pum zu Hände gelesen hab, ich hatte Bauchweh gefühlt. Ja. Ähm, safe. Aber es gibt Werke, mit denen ich schon Spaß hatte. Ein paar, einige, wenige. Wir können sie ja ... Was haltet ihr von der Idee, das chronologisch abzuarbeiten? So ... Ich kenn nicht die ... Ich weiß nicht. Degas, das ist eine Google-Suche. Ich mach ... Ich opfere mich. Ich mach das. Das ist eine gute Reihenfolge. Können wir so machen, safe. Wollen wir hinten anfangen? Sehr gut. Also, nein, Spaß. Ja, können wir machen. Ähm ... Ja. Ja. Also, schau, das früheste Werk, was ihr vielleicht gelesen habt, was ich aber nicht gelesen habe, ist ... What a Wonderful World. Kennt das einer von euch? Nein. Nein, und zwar hab ich das auf meinem Kindle gekoppt, auf Deutsch, weil da schafft's Tokio Pop tatsächlich, ihre Reihen auf dem Kindle manchmal anzubieten, auf Deutsch. Ist aber auch, lustigerweise, der einzige Asano-One-Shot, den ich nicht gelesen hab. Ist auch der einzige, den ich nicht gelesen hab. Gut, dann skippen wir den. Perfekt. Wunderbar. Das ist einer seiner frühesten Werke, der kam 2002 bis 2004 raus. Kurz nach Bleach. Fun Fact. Perfekt, wieder mal bewiesen, wie viel Ahnung wir als Peak haben. Gäh? Finde ich schön. Äh, ist so. Aber ... Gehen wir an den nächsten. Der nächste ist ein Manga, den vielleicht einige von uns kennen, der heißt Nijigahara Holograph. Auf Deutsch wurde der, glaub ich, als das Feld des Regenbogens übersetzt. Ah. Oh ja, ähm, wollt ihr erst was dazu sagen, oder soll ich? Kannst du gerne. Oder fang an. Äh, das Feld des Regenbogens hab ich in derselben Zeit gelesen, also als ich mein Kindle geholt hab, da hab ich erst mal mir ganz viel vergriffene Sachen geholt, auf Deutsch. Und da hab ich mir Solanin geholt, ähm, Feld des Regenbogens und noch irgendeinen Zweiteiler, oder war's ein Einteiler? Den, wo er, äh, über einen Mangaka schreibt, der mit seiner Frau, äh, in der ... Äh, Downfall, später, die Zeit am Abgrund. Die Zeit am Abgrund, genau. Das ist sehr viel aktueller, da kommen wir später dazu. Genau, genau. Ähm. Ähm, den hab ich sogar noch hier, aber ich hab ihn mir trotzdem auf dem Kindle geholt. Siehste mal, einfach, weil ich lesen wollte, auf dem Kindle, so. Ähm, aber der Punkt ist der, dass ich Feld des Regenbogens wirklich nicht sehr gut fand. Also, ich hatte das Gefühl ... Also, das war ja so eine Mischung. Du dachtest die ganze Zeit, okay, das ist ... Du wusstest, da ist irgendwas Übernatürliches in dieser Geschichte drin. Aber es, äh, ist gleichzeitig ... Also, der Plot war so belanglos für mich. Vielleicht hab ich ihn auch einfach nicht verstanden. Das würde ich bei Asano generell immer in Betracht ziehen, dass ich was nicht verstanden hab. Ja. Weil, äh, der Mann scheint sehr schlau zu sein. Die, die, die tiefe Aussage und das, was er vermitteln wollte, kam für mich nicht rüber. Wurde nicht, äh, so vermittelt, dass ich's als Leser gecheckt hab. Vielleicht bin ich dumm. Ich fand's nicht sehr bewegend. Und ich fand's auch nicht sehr gut und ich würd's auch nicht noch mal lesen. Okay. So, das ist mein Take zu Feld des Regenbogens. Ja, ich würd mich dem so ein bisschen noch anschließen. Ich hab den in, äh, Holland gekauft. Als ich auf dem Rückweg von Amsterdam nach Köln war, hab ich den im Zug gelesen. Und ich fühl mich da relativ ähnlich, was es angeht. Also, nichts, was ich irgendwie krass weiterempfehlen würde. Nichts, was ich irgendwie krass, äh, gut fand. Ähm, aber war fein für den Read, ne? Ja, der ist einfach ein bisschen egal, würd ich sagen. Im Vergleich, im Vergleich zu seiner restlichen Bibliografie, heißt das ja, glaub ich, ist der wirklich sehr egal, find ich. Ich finde, das Feld des Regenbogens ist ein Werk, wo man noch sehr gut die Schwächen von Asano kennt, die er mit dem Voranschreiten seiner Mangaka-Karriere Stück für Stück ausmerzt. Vielleicht nicht komplett, aber man merkt, er wird immer besser. Weil bei Feld des Regenbogens, das ist ja eine Geschichte um eine Fünfklässlerin so, die wird ein bisschen gemobbt. Und dann gibt's noch dieses Gerücht, dass in irgendeinem Tunnel so ein Monster herrscht, äh, herrscht, lebt. Ja. Und, ja, die wird gemobbt dafür, weil sie anscheinend labert. Und generell ist jeder in diesem Manga ein Bastard und fucked up. Das ist auch so ein klassisches Asano-Dinger. Es gibt selten ausschließlich gute Charaktere. Ist so. Also, du freundest dich teilweise schon mit dem am wenigsten verwerflichsten Menschen in dem Asano-Werk an. Ja. Ja, und ich finde ... Was ist das für ein Lebensstandard? Also, for real. Ja, aber teilweise ist es halt auch real. Also, ich hab das Gefühl so ... Ist real, ja. Asano zeigt halt wirklich auch einfach, wie Menschen sind, nicht nur positiv so. Und wenn du dich in deinem echten Leben umschaust und die echten Menschen anschaust, dann finde ich mich persönlich eher in einem Asano-Werk wieder als in einem Urasawa-Werk. Ja. Das seh ich zwar auch so, Bro, aber ist es nicht so, also für mich zumindest, ne? Für mich ist, wenn ich was lese, will ich ... Willst du der echten Welt entkommen. Ja, okay. Und ich will nicht noch mehr in die echte Welt rein, als ich schon bin. Ja, es kommt auf einmal, mit welcher Intention man da rangeht. Richtig. Und weil hier Niek das schon grad angesprochen hat, die realistische Porträtierung von Menschen, auch die schlechten Seiten, ich finde, Asano, vor allem bei seinen früheren Werken in diesem Jetzt, ähm, ich finde, er übertreibt manchmal oder es wird aufgesetzt. Weil da gab's auch so Szenen, wo man sich halt denkt, so ... So, Bro, welchen Zweck hat es eigentlich außer grad edgy und cringe zu sein? Da gab's diese eine Stelle, wo irgendein Vater mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn redet, was in seiner Schule, äh, passiert ist. Ich erinnere mich grad nicht mehr genau, der Manga ist lange her. Und der Vater steht da daneben, hat einfach so einen Ständer und so und denkt sich, warum? So, Bro, was ist? Das ist so dieses, ähm, zu, zu reale, also teilweise schon, dass es so abstrakt gar nichts mit der Realität zu tun hat, so. Also, das ist so aufgedrückt pervers teilweise. Es wirkt auch, es wirkt aufgedrückt oft. Ja, genau richtig. Vor allem in seinen früheren Werken so. Ja, es ist so, das gibt es, du weißt, das gibt es, aber es ist schon ein sehr großer Zufall, dass in einem Manga-Band all diese Abstractitäten, die so ganz selten im echten Leben auch mal vorkommen, auf einmal kommen. Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Ja, ich finde, er platziert es in späteren Werken besser. Und noch eine Schwäche, die in dem Manga, Feld des Regenbogens, sehr stark auftritt, was er später auch immer noch zum Teil hat, ist, er springt sehr stark zwischen den Szenarien, so mal bist du da in der fünften Klasse, dann springst du 15 Jahre in die Zukunft, so. Voll verwirrend, fand ich gar nicht gut. Ich finde, er verliert den Fokus schnell und er bringt es nicht gut rüber, wie es von Szene zu Szene geht. Man denkt sich halt, wer war denn der jetzt nochmal, so. Und was hat es damit zu tun? Ja. Und das sind halt so Sachen, woran er noch arbeiten musste und ich finde, womit er sich auch gebessert hat mit der Zeit, auch wenn nicht alles immer ... War das gar nicht weiter über diesen ... Ja, der Manga ist so egal. Er ist so scheißegal. Ganz ehrlich, lass mal zu den spannenden Dingen gehen. Ja, ist so. Der nächste Manga, darauf folgend, den finde ich auch ein bisschen besser als Feld des Regensbogens. Warum Regensbogens? Feld des Regensbogens. Mit 10 S. Ups, ein Regensbogens. Ich meine, er heißt City of Lights, auf Deutsch wäre das Sun Village. Sun Village, oh yes, den habe ich auch hier. Den habe ich hier und nicht gelesen. Amen. Perfekt. Ich wusste, ich habe was vergessen. Den hätte ich noch lesen können. Hättest du? Ja, tatsächlich habe ich den nicht gelesen. Aber den will ich noch lesen. Wie fandest du den, Nick? Ich habe ihn auch nicht gelesen. Aber ich habe ihn hier. Dann können wir den skippen, bevor Lazar uns spoilert. Echt? Und Lazar gibt einfach nur ein Rating ab. 1 bis 6. Mach Daumen hoch oder runter. Mach nur so oder so. Machen wir so, okay? Okay. Es ist mittels Park und Zeitverschwendung. Okay, dann nicht. Wenn das Feld des Regenbogens wäre so hier. Es ist Regenbogen, nicht Regenskogen. Nein, das ist ein Zungenbrecher. Sag das dreimal nacheinander. Regenbogen. Feld des Regenbogens. Feld des Regenbogens. Feld des Regenbogens. Ja, keine Ahnung. Egal. Dann können wir jetzt auch nicht über Suns Village reden. Doch, ich rede kurz über den. Ich gebe die vermisse kurz wieder. Suns Village. Ich freue mich schon auf das Werk Solans. Sneeze. Ich freue mich schon auf gutes Nachtspunst. Funs, Funs. Okay. Okay. Das ist so, das ist ein klasse Humor. Das ist das, das ist das. Das ist das Demons. Zieh den Job durch, komm. Mujinas. Okay. Ich würde sagen ... Laza immer für einen Lacher zu haben. Ja, das ist wahr. Ist doch gut. Sun Village ist ein Manga, in dem es um ein Dorf geht, wo halt viele verschiedene Kurzgeschichten ... Ich ignoriere den jetzt, ich rede jetzt weiter. Äh, da sind viele verschiedene Kurzgeschichten, die so lose zusammenhängen von verschiedenen Charakteren. Da gibt's einen Typen, so einen Schüler, der ... Das ist kein Spoiler, das ist ganz am Anfang. Der halt, ähm, Leuten bei Suizid hilft. Okay, ich werd nicht erzählen, in welcher Form. Das eskaliert ein bisschen. Dann gibt's noch einen anderen Typ. Dann gibt's noch einen Mädel, dessen Vater natürlich ein Bastard ist. Sun Village, da passieren Sachen. Das ist der Manga. Ja, ich finde, dort hat er sich schon ein bisschen gebessert, als noch bei das Feld des Regenbogens. Aber auch nichts Besonderes, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, das erste besondere Werk kommt danach. Was? Ich hab nicht hingeschaut. Was hast du gezeigt? Hä? Nichts? Mann! Wie gezeigt. Was? Was ist das? Was ist das? Sorry, ich komm nicht mehr klar. Junge. Kennt ihr, wenn was gar nicht mehr so lustig ist, aber ihr könnt nicht aufhören, drüber zu lachen, Digga. Und dann werdet ihr aus dem Klassenraum rausgeschmissen, weil ihr aufhören könnt, drüber zu lachen. Ja, reden weiter. Haben wir's, okay. Gut, Sun Village hab ich abgehakt. Das lief übrigens von 2004 bis 2005, ist ein Einzelband. Okay. Der Manga danach, ich weiß gar nicht, ob's den auf Deutsch gab. Ich hab ihn noch nicht gelesen, vielleicht sagt er euch was. What? Ähm, The End of the World and Before Dawn. Nee, hab ich, äh, nichts von gehört. Doch, ähm, das Ende der Welt vor dem, äh, Sonnenaufgang. Ah ja, stimmt. Hast du das jetzt einfach nur auf Deutsch übersetzt? Nee, ich glaub, den gibt's echt. Ich glaub auch, den gibt's, aber... Der sagt mir aus. Ich hab sowas schon mal gehört in der wortwörtlichen Übersetzung. Das Ende der Welt bevor Sonnenaufgang. Irgendwie so... Ende, ja. Aber hab ich nicht gelesen, mach weiter. Anscheinend hab ich gelogen, als ich gesagt hab, wir kennen 90% der Asano-Bände. Bro, der hat so viele Mangas gemacht, so... Also, viele davon sind auch Einzelbände, so sorry, dass man nicht jeden kennt, ist auch egal. Ich find gut, dass du Sefirot wieder auf sein Ding gesetzt hast. Ja, ja. Er hat da überlebt. Er lebt noch, er lebt noch. Okay. Jetzt kommt ein Werk, das wir alle kennen, glaub ich, und zwar Solanin von 2005 bis 2006. Und hier, Ladies and Gentlemen, haben wir das allererste Mal Asano-Peak. Let's go. Hier haben wir auch mein Asano-Favoriten bis jetzt tatsächlich. Dein Favoriten? Dein Lieblingswerk von allen Asano-Werken? Mein Lieblingswerk von allen Asano-Werken. Jetzt will ich aber hören. Ja, okay. Das ist ja ein Zweiteiler. Und, ähm, ich hab Solanin gelesen, auch erst vor einem halben Jahr. Auf Kindle, ne? Genau, auf Kindle. Da hab ich zur gleichen Zeit Feld des Regenbogens gelesen und Zeit am Abgrund und Mädchen am Strand nochmal. Weil Mädchen am Strand kann ich schon, aber nicht den zweiten Teil, sondern nur den ersten. Und, ähm, da hab ich gemerkt, dass ich glaube, Asano hat ja seine zwei Langreihen. Der hat ja Demons und Punpun. Und ich glaube, dass seine erzählerischen Qualitäten eine Geschichte zu erzählen, die Impact hat, die Charaktere dir nahe bringt und gleichzeitig eine Aussage hat, die fand ich selten so gut gebündelt, in so kurzer Form rübergebracht wie in Solanin. Weil Punpun ist auch nochmal ein Werk für sich. Da müssen wir, können wir ganz lang drüber reden. Aber bei Dead of Demons zum Beispiel, finde ich, verläuft er sich manchmal ein bisschen in, in, äh, das wäre vielleicht besser gewesen, wäre das Werk ein bisschen kürzer gewesen oder irgendwie an anderen Stellen manche Sachen anders gemacht. Ähm, und bei den anderen Werken, die auch so kurz sind wie Solanin, finde ich, dass er, bis auf Girl on the Shore, da müssen wir dann auch mal drüber reden, äh, dass er, dass er es vermisst, diesen Impact zu bringen in Solanin hatte. Also, als der erste Band von Solanin beendet wurde, damit hab ich gar nicht gerechnet, was da passiert, ne? War das das, wo er vom Motorrad gefallen ist? Ja. Das war das Ende vom ersten Band, ne? Ja, ja, ja. Und dann dachte ich, da musste ich direkt in den zweiten rein. Ich war sauer, als ich das gelesen hab. Ja, ja, ich auch. Ey, als das dann die Moral quasi von dem ganzen Ding war, dass, äh, also, dass dieser Charakter, wo ich dachte, den begleite ich jetzt die ganze Zeit. So, ne? Also, und, ich weiß noch, dass das eine ultraschöne Endszene hatte im zweiten Band mit seiner Freundin oder was das da war, äh. Boah, ich, das ist jetzt auch schon gar mehr, ich weiß nur, genau, genau. Es hat aber bei mir echten, es ist ne, also, Solanin ist der, den ich am ehesten jemanden empfehlen würde, der noch nix von Asano gewesen hat. Weil ich find, der ist traurig, der gibt, der ist traurig, der gibt ne Message ab, aber gleichzeitig ist der ein bisschen hoffnungsvoll und jeder kann den checken und der ist nicht zu abgespaced für den Average Manga-Leser oder Nicht-Manga-Leser. Musik, ne Band und das ist sehr cool. Das ist auch super geil, ja, Mann. Das hat so ein bisschen Scott Pilgrim-Feeling, so, weißt du, auch wo die so ihre Bands haben. True. Auch wie dieser, dieser Begriff erklärt wird, Solanin, das ist doch, glaube ich, das wäre ja was ganz Besonderes. Das ist, wenn bei Kartoffeln, ähm. Ja, irgendwie sowas. Die, was war das nochmal? Ich hab's vergessen. Ne, wenn die Kartoffelpflanze raussprüht oder irgendwas, was war das nochmal, Alter? Weiß ich nicht, aber es war so verrückt, da dachte ich mir schon wieder, das kann wohl ein Japaner einfallen, Digga, also so von, von der Poetik-Haftigkeit, Poetik-Haftigkeit. Also ja, Solanin ist mein liebstes Asano-Werk, was sagt ihr dazu? Es ist mein, äh, es ist mein Drittlieblings-Asano-Werk. Drittlieblings-Asano-Werk, ja, meins auch. Ihr mögt wahrscheinlich die zwei Longrunner mehr, ne? Ja. Der sagt ne. Oh. D, D, D ist für mich da drunter. Uff. Seh ich, seh ich auch, seh ich auch. Uff, okay. Okay, Diskussion später. Ja, wobei, ich hab gesagt, es ist mein Liebstes, also es ist sowieso alles so, also bin ich bei mir. Okay. Okay, ähm, was ist das Nächste? Lazar, willst du noch was sagen oder willst du zum Nächsten kommen? Digga und ich haben nix dazu gesagt, also, wir können auch weitermachen, wenn du keinen Bock hast. Doch, doch, ich hab ja, doch, klar haben wir was, also ich hab was dazu gesagt, auf jeden Fall. Okay. Okay. Ich nicht. Ja. Und das macht auch überhaupt nichts, Lazar. Das macht überhaupt nichts, weil du weißt nicht, was Solanin heißt. Ich möchte mich Kevins Meinung anschließen. Ich finde, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen mit diesem Manga. Er ist nicht zu abgespaced. Ich finde, die Charaktere sind da ein gutes Stück realer, auch als verglichen jetzt zu Sun Village oder das Feld des Regensbogens. Boah, also, das ist geisteskrank. Ich hab da nicht mehr dran gedacht, jetzt hast du es wieder hochgeholt. Es ist gar nicht so lustig. Egal. Ich find's auf jeden Fall, ähm, Solanin ist so der Wendepunkt in seiner Karriere, was Schreiben angeht. Ich finde, die Charaktere sind ein ganzes Stück realer geworden, plausibler geworden und nicht so auf Krampf, äh, depressiv oder melodramatisch, weißt du? Ähm, gut, wenn wir das nächste Werk besprechen, könnte man das Gegenteil behaupten, aber ich finde auch, da hat das gut gelöst. Oh ne, oh, da kommt noch ein Werk dazwischen, sorry. Ne, nochmal sorry. Gute Nacht, Pum Pum ist das nächste Werk von 2007. Und damit dein erfolgreichstes Werk, ähm, was rauskam, guck mal, ich möchte euch einmal ganz kurz die Zahl nochmal vor Kopf halten, 2007 bis 2013, sechs Jahre hat dieser Mann mit diesem Werk verbracht, mental, körperlich und, ähm, ich mein, wenn du als Leser das in einer Woche liest, hast du ja schon viel damit zu kämpfen und auch einiges zu verdauen. Was ist, wenn du sechs Jahre in dieser Welt lebst als Manga? Was, wenn ich dir sage, dass das Nachfolgewerk A Girl on the Show sogar im selben Zeitraum gemacht wurde, von 2009 bis 2013? Bro, was ging bei ihm ab in dieser, was ging in dieser Zeit bei ihm ab? Also, also ich, 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 ich finde das so, ich finde das so krank zu sehen, weil wenn du den ganzen Tag, sagen wir mal acht, neun, zehn Stunden mit dieser, mit diesem Werk beschäftigt bist, Digga, das kann dir nicht mental gut gehen. Wie, wie machst du das? Poon Poon, das kannst du nicht schreiben, wenn du einen auf happy, happy, happy machst, dir geht's nicht gut, so, so authentisch, wie der das rüberbringt. Äh, ja, Poon Poon, sein erfolgreichstes Werk, wie du sagst, auch sein längstes bisher. Ich finde, da zeigt sich auch erstmal die Stärke, die wahre Stärke von Asano. Bisher hat er nur zuvor kurze Reihen gemacht. Ich finde, er entfaltet sich besser, wenn er längere Reihen macht. Ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist, manche finden die One Shots. Nee, ich glaube, das ist der normale Take. Das ist der normale Take, ja, ich finde seine langereine auch besser. Er braucht viel Zeit, um zu erklären, wo die Charaktere hinkommen, um alles auszuarbeiten, weil, äh, was viele nicht brauchen, brauchen Asano und das hat unter anderem auch damit zu tun, warum die Charaktere so sprunghaft sind, auch mit, äh, mit, äh, Flashbacks und auf einmal gibt es halt wirklich einen ganzen Band über einen, über einen Side-Character. Ähm, das braucht er einfach, damit er sich selber ausführlich erklären kann in seiner Art und Weise, wie er die Dinge darstellt. Richtig. Und das muss einem gefallen als Leser. Punpun ist ja auch eine Geschichte, die sich innerhalb, also innerhalb der Geschichte über mehrere Jahre erstreckt. Ja. Und, Nick, erklär gerne, worum es dem Punpun eigentlich geht, weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Wo geht's denn? Gute Nacht, Punpun. Du begleitest den jungen Punpun, der in dem Manga dargestellt wird als ein kleiner Vogel. Ähm, den begleitest du durch seine Kindheit bis hin in seine Jugend und ins frühe Erwachsene Alter. Und, ähm, über die Manga-Bände wird Punpun halt immer älter. Und von jedem Band zu Band wird sein Leben eigentlich immer dramatischer und schlimmer. Also, äh, er hat superschreckliche Eltern, ähm, er hat absolutes Pech mit, also er hat gar keine sozialen Skills und, äh, überhaupt keine Erfahrung mit Frauen. Wünscht sich das aber, weil er seine Verletzbarkeit halt in diesen Sexual, ähm, Sachen nachher auslebt. Ähm, es geht unter anderem auch um seine Klassenkameraden und seine Kumpels, ähm, die auch alle ein Problem haben und so folgt halt eins auf dem anderen. Es ist eine Mischung aus einem, ja, es ist eigentlich ein Drama, ähm, was sehr, was immer dramatischer wird. Also, du hast halt das Gefühl, mit Dingen ist jetzt abgeschlossen, sind fertig, aber die belasten einen weiterhin. Also, es kommen immer und immer wieder neue Sachen dazu und mit Punpun geht's halt immer mehr bergab, äh, über, über diese Zeit. Und, ähm, was auch sehr interessant ist, ist, dass Punpun ja als, als Vogel gezeichnet ist, genauso auch seine Eltern. Also, diese gesamte Familie sind quasi als, sind quasi als Vögel dargestellt, auch sein Onkel. Ähm, so weißt du eigentlich gar nicht, wie Punpun als menschlicher Charakter aussieht. Ähm, und über die Jahre verändert sich auch der Zeichenstil. Also, es wird so ein bisschen aus Punpuns Sicht gezeichnet. Am Anfang sind die Lehrer zum Beispiel alle noch sehr abstrakt. Das erinnert einen vielleicht auch noch mal als Kind, als man selber, ähm, Lehrer so im Kopf hatte. Die hatten alle auf einmal so extrem große Nasen oder Kinnen, äh, weil deine Fantasie da einfach verrückt gespielt hat. Und mit der, mit der, mit der, von Band zu Band mit dem Alter wird der Zeichenstil halt auch immer wieder ein bisschen realistischer. Ähm, ja. Allein künstlerisch kann man sehr viel über dieses Werk sprechen und über Symbolik und wie das da alles porträtiert wird. Ähm, es ist, wie du sagst, ein Drama. Es ist eine Coming-of-Age-Story, die halt immer schlimmer wird, gefühlt. Und selbst das Ende, es hat ja, Punpun, ohne zu spoilern, hat ja weder jetzt ein Happy End noch wirklich ein, ähm, lass mich ausreden, bevor du reingrätschst. Aber du wirst was Falsches sagen, aber okay, dann geht's. Dann kannst du mich gerne korrigieren. Okay, mach. Ich will damit sagen, am Ende sind einige Sachen passiert, wo man eigentlich meinen könnte, dass Punpuns Leben jetzt komplett am Arsch ist. so ein schlechtes Ende, so auf Papier, aber er kommt mit einigen Sachen davon und schafft es auf eine Art, ein relativ normales Leben zu führen, aber so, wie man Punpun kennt, wie dieser Charakter dargestellt wird, ist das wahrscheinlich noch das Schlimmste für ihn. Nee, er ist nicht in der Lage, normales Leben zu führen. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Gleichberechtigung ist in seinem, in seinem Kopf nicht vorhanden, so, er, er, er hat etwas und er hat eine Obsession damit. Er kann nicht ohne diese Obsession leben. Er hat diesen, diesen, diesen Struggle nie losgeworden, so. Richtig. Er ist einfach, sein, der Manga endet zwar da, aber du könntest das eigentlich weitermachen, so, verstehst du? So, der Leser wird damit zurückgelassen, dass Punpuns Leben wahrscheinlich die ganze Zeit genauso scheiße weitergehen wird. Und das war der Gut Punch, so, finde ich. Ja, vor allen Dingen aus dem Grund, den wird Oro wahrscheinlich jetzt sagen, weil ja noch eine Sache passiert ist am Ende mit der, ähm, mit der Writerin, die über Punpuns Leben schreibt. Ja, ja. Wolltest du das sagen, Oro? Ja, und zwar folgendes. Inyo Asano hat in einem Interview gesagt, das, äh, gibt's auch online, könnt ihr einfach mal googeln, dass das Ende, was Punpun gekriegt hat, das Schlimmstmögliche ist, was der Charakter hätte kriegen können. Weil, Punpuns sehnlichster Wunsch ist, einfach nur zu sterben. Ja. Und aus der Welt zu scheiden. Ja. Das erste Mal, wir haben's richtig interpretiert. Was aber passiert ist, dass Psyche, die eigentlich der Villain ist, einen ganzen Manga aus seinem Leben macht. Oder Sachi, meinst du, weiß ich, diese Bitch. Auf jeden Fall macht die Manga aus seinem Leben, sodass jeder, jeder es lesen kann. Für immer. Und das ist das Schlimmste, was für Punpuns passiert. Und viele denken jetzt, ja, Punpuns Leben, also, zum Beispiel, was du gesagt hast, dass es immer scheiße weitergeht, ist ja eigentlich gar nicht richtig, weil es wird ja, äh, es wird ja am Ende suggeriert, dass es so ein Happy End gibt, der ist mit, äh, Sachi oder wie auch immer sie jetzt heißt und ihrem Kind unterwegs und er trifft seinen Homie und dann, äh, winkt er und dann geht so eine Träne runter und ist aus seinem Matschauge und es ist ja eigentlich so eine süße Melancholie, da drin ist, aber das Problem ist eigentlich eher, dass alles, was da passiert ist, für immer festgehalten wird. Und Punpuns will eigentlich nur, der wollte eigentlich nur sterben. Und er will auch unterhalb der, äh, der Aufmerksamkeit bleiben. Das Radars sterben, weil er lenkt sich so Digga, also, das muss echt keiner wissen. Das, das ist wirklich Worst-Case-Szenario, also, das ist wirklich kein Happy End. Das ist, was ich meinte, weil er diesen mentalen Struggle hat, wird er auch nie ein gutes Leben haben und ich, also, so wie ich es interpretiert habe, auch, was am Ende da mit Sachi und ihm ist und so, auch das wird nicht gut enden, weil sie ... Naja, Sachi ist ja offensichtlich eine Bitch, die die ganze Zeit schon ausgenutzt hat für ihren Scheiß. Und, ähm, ich möchte über den besten Punpun-Charakter überhaupt reden. Der kriegt viel zu wenig Erwähnung. Und das ist der Afro-Gott. Findest du? Findest du? Ey, der Afro-Gott ist doch der, 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 der Afro-Gott ist doch der Main-Villain, Digga. Ja, vor allen Dingen, finde ich, ist er der signifikanteste. Digga, wenn du an Punpun denkst, ich hab sofort den Afro-Kopf, sofort in der Fresse. Ich wünschte, jemand würde den Afro-Gott auf der Leipziger Buchmesse kosten. Ja, das wär so geil. Oh mein Gott, Leute, bitte. Der Afro-Gott ist der allerbeste. Und dieser Kackhaufen im Ufo. Oh mein Gott. Lieber Gott, schnicke die Schnacken. Und dann kommt der Afro-Gott und ist so ... Ja, das ist so geil. Digga, also ... Ähm, ich möchte noch zwei ... Bevor wir übers nächste Werk sprechen, Punpun ist eh so ein Grundpfeiler seiner Bibliografie. Ich möchte noch zwei Schwächen ansprechen und fragen, ob ihr das auch so seht. Ähm, ich finde, in Punpun, die Story, sei mal dahingestellt, ich finde, sie verliert hin und wieder ihren Fokus, auch mit dieser ganzen Sektenthematik und so. Vor allen Dingen durch die Sektenthematik, ja. So, ich finde, da wird etwas aufgebaut, aber es gibt nicht so viel her, wie es aufgebaut wird. Verstehst du so was? Es verläuft sich so ein bisschen hier und da an ein paar Stellen. Ich finde, Asano trifft nicht immer den Nagel auf den Kopf. Nicht so wie bei Solanin, aber das Werk ist ja auch kürzer. So, das war so sein erstes, langes Werk. Und ich finde, man merkt da noch ab und zu, dass er nicht immer den richtigen Fokus traf bei seiner Geschichte. Sodass dann manche Stellen vielleicht zu kurz kamen, manche Stellen, die nicht so wichtig sind, zu lang gezogen wurden. Würdet ihr dem zustimmen? Ja. Ich kann dieses eine Kapitel nicht vergessen, Digga, wo einfach nur dieser Sektenführer seine Rede hält. Und das ist das ganze Kapitel. Das ganze Kapitel ist nur, wie dieser Typ da sitzt und redet. Und das ist auch immer dasselbe Panel. Was ist, was, ja, was ist so richtig so Scheiße? Stell dir mal vor, du hast den Mantri gelesen oder wie er rausgekommen ist und das war das Kapitel, was du gekriegt hast. Da hast du dir so, das kann nicht wahr sein. Also, ja. Ich glaube, das hatte Ontan mal erklärt, dass diese Sekten-Thematik für einen Japaner noch mal anders ist, weil die ja keine richtige Religion haben. Und dann spielt das da mehr Rolle, dass Sekten ein Ding sind. Aber ich kann das als Europäer nicht fühlen. Mich nervt's. Dann, wenn das einen kulturellen Hintergrund hat, dann gut für die. Aber dann ist es halt einfach nicht gut. Gut, dass ihr Sekten habt. Nein, nein, nein. Dann lest halt euren Manga und dann unterstützen wir das nicht mehr. Ich lese jetzt keine Manga mehr in Deutschland. Dann können halt Europäer oder andere Kulturen das halt nicht so gut nachvollziehen. Und dann ist es halt so. Aber eine zweite Sache. Und die finde ich ... Kein Asano selbst schuld. Die finde ich, ist sehr präsent in diesem Werk. Ich hab grad dein Band rausgeholt. Später bessert er sich ... Dass die Cover super scheiße sind. Nee. Und zwar ist euch aufgefallen, dass hier der Manga ist zwar extrem gut gezeichnet, aber Asano benutzt oft diese, ich halte sie in die Kamera, schwarzen Balken als Panels. Und das ich ... Beispielsweise in dem Sekten-Kapitel. Wisst du, seht ihr das? Ja, ja, Digga. Voller Löcher. Ich kann immer, finde ich, irgendwas. Ja. Und die Sache ist, ich hebe das hervor, weil ich das erstens nicht cool finde. Und ich bin mir sicher, dass ... Digga. Crazy ist auf jeder Seite. Guck mal, fünf Seiten auf einer. Bro hat einen Roman geschrieben, aber hat's getarnt. Ich kann überall so was reinfinden. Das ist immer. Und ich finde, das kann man als Schwäche ankreiden. Ich bin mir auch sicher, Asano selbst hat das als Schwäche angesehen, weil er hat diese Schwäche ausgemerzt in seinem nächsten großen Welt. Er hat's nicht mehr gemacht. Er hat's nicht mehr gemacht. Deswegen, finde ich, kann man das schon ansprechen. Aber zu diesem Werk kommen wir noch nicht. Ich hab's gerade schon vorhin gesagt. Er hat zeitgleich während Punpun noch A Girl on the Shore gemacht. Oh, yes. Jetzt kann ich reingehen. Lass mich als erstes ... Ich möchte noch mal ganz kurz am Abschluss sagen, dass wir hier ... Also, ich auf jeden Fall niemandem Gute-Nacht-Punpun empfehlen möchte, der unter psychischen, starken Problemen leidet, dem es momentan nicht gut im Leben geht. Trigger-Warnung. Da solltet ihr euch definitiv von fern halten. Denn das Werk ist nicht ohne. Und es werden sehr, sehr viele Trigger in diesem Werk möglicherweise getriggert. Und außerdem auch im nächsten. Wenn's dir schlecht geht, lies das nicht. Oh, ja, Mann. Insgesamt ein großartiger Manga, wie ich finde, aber nicht geeignet für jeden. So, A Girl on the Shore. Lass mich zuerst, weil ich hab diesen Manga tatsächlich nicht gelesen. Nicht, weil ich nicht konnte, sondern weil ich nicht wollte. Ich hab mich geweigert. Ich war kürzlich erst in Hamburg. Da hab ich Harrod gesehen. Er hat diesen Manga mir auch gezeigt. Da hab ich mal reingeschaut. Und ... Alter. Ich wusste ja, dass dieser Manga pervers ist. Mir war das klar. Deswegen wollte ich das auch nicht lesen. Ich war nicht so Fan von der Thematik. So Teenager, eher jünger noch. Dann so mit Thema Sex. So kritisch, okay? War nicht der Fan, wollte's nicht lesen. Aber ich hab mal reingeschaut. Ich dachte mir so, komm, zeig, wie ist es denn? Und ich dachte, Punpun ist ja schon explizit. Oder später Mujina. Aber das ... Also, da wird ja ... Das ist ja alles unverfälscht dort. Und dann hab ich mir gedacht, warum ... Woran liegt das denn? Warum ist A Girl on the Shore noch mal so viel expliziter, was Sex und so angeht, als seine anderen Werke, die eh schon auch nicht ohne sind, was in dem Bereich ... Und ich hab festgestellt, A Girl on the Shore ist der einzige Manga von Asano, der in einem hier ... Erotik-Dings ... Ja, ja, der ist in einem Erotik-Magazin erschienen. Ah, okay. Deswegen konnte er das da veröffentlichen. Und deswegen sind die anderen auch nicht so explizit. Ich wusste gar nicht, wie deutlich das da gezeigt wird. Digga, ich mach irgendeine Seite auf, ich seh so einen Pimmel von einem 15-Jährigen. Ich denk so, Junge ... Ja, Mann. Und, äh ... Nikolst du erst, oder soll ich ... Redet ihr drüber? Also, ich muss ganz ehrlich zu dem Werk sagen, dass ich dieses Werk eigentlich gar keinem empfehlen würde. Ähm ... Ja. Weil ... Du kannst dir die Zeit sparen und dir irgendwas Inhaltsvolleres einziehen als das. Ähm ... Es sind minderjährige Kinder, es geht um Ferge und viele andere Dinge, die sexuell einfach super, super widerlich sind. Um Sui. Um Sui, genau. Um Sui-Gedanken. Es geht wirklich um Sui-Gedanken. Alle so einen Scheiß. Und ich finde, also, da würde ich meine Zeit lieber in das gesamte Werk Punpun stecken, wenn dich überhaupt diese Thematik interessiert, als in Girl on the Shore. Das ist für mich einfach zu extrem und nicht notwendig. So. Ich will, äh, was sagen. Sag. Und zwar weiß ich, dass viele Leute jetzt kommen werden und uns wieder NPCs nennen werden. Weil wir, äh, sagen, dass Kunst Grenzen hat. Ähm, das ist ja eine Meinung, die nicht sehr gerne gesehen ist in der Edgy-Manga-Community. Der Punkt ist aber der. Ähm ... Ich sag euch jetzt was. Girl on the Shore an sich aussagentechnisch, was das Werk machen will, was es berühren will, was es behandelt. Alles wichtige Themen, alles krasse Themen, die ein Autor behandeln kann. Und auch sollte, wenn er das dem Need hat. So, jetzt ist der Punkt aber der, und da kann mir ... Digga, ich will nicht, dass mich irgendein 16-Jähriger jetzt lektiert, okay? Sondern nur ältere Leute. Diese Story würde genauso funktionieren mit 20-Jährigen. Und dann wär's schon nicht mehr so verwerflich, was er da tut. Weil er zeigt die ganze Zeit Kinderkörper. Er zeigt einen Kinderpimmel. Er zeigt, wie ein Kind die Kacke von einem anderen Kind isst. Dass er zeigt, wie Kinder ... So, und dann kannst du jetzt sagen, ja, er ist halt real. Und 15-Jährige machen so was. Das ist nicht mal real. Digga, erstens ist es nicht real. Im besten Fall tun das 15-Jährige nicht. Und zweitens, so die nächste Sache ist, wer von euch Freunde hat, oder mal hatte, die 20 sind, der weiß, dass die Struggles, die in Girl on the Shore erzählt werden, ein 20-Jähriger genauso hat. Ein 25-Jähriger teilweise auch noch. Es gibt genug Leute, die die gleichen Struggles auch erwachsen haben. Du musst keine Kinder benutzen, um diese Geschichte in der gleichen Intensität zu zählen. Weil ganz viele Erwachsene sind zwar auf dem Papier erwachsen, aber eigentlich noch nicht erwachsen. Das heißt, es würde optisch schon wieder funktionieren, das zu machen. Lazar zum Beispiel. Aber du müsstest nicht ... Du müsstest nicht diesen Weg gehen, da explizit Kinder zu nehmen. Und das ist für mich, meiner Meinung nach, einfach nur ein Schockerelement. Und ich feier das nicht, dass dieser Mann so oft das Bedürfnis hat, irgendwelche nackten Teenager zu zeigen. Und man das dann rechtfertigt mit, ja, das ist halt Kunst, Kunstfreiheit. Er zeigt halt, wie es wirklich ist. Digga, es gibt einfach Grenzen, meiner Meinung nach. Und diese Geschichte, du hättest nichts abgebrochen, hättest du es einfach mit Vorjährigen gemacht. Und jeder, der Freunde hat, die erwachsen sind, oder jung erwachsen sind, der weiß, so was begleitet dich auch noch. Dann musst du kein Teenager sein, um diese ganzen Scheiße da durchzumachen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach nur ein Schockermittel. Und es ist sehr geschmacklos. Für mich war es auf einer zu viel. Vor allem, als ich die Panels da gesehen habe, ich dachte mir, bro. Das ist übrigens auch eine Kritik, die ich an Mujina habe. Aber dazu kommen wir später noch. Hey, chill jetzt. Ja. Ich weiß, du möchtest nicht, dass man den Manga kritisiert lassen. Aber ich werd's nachher tun. Okay, was kommt als nächstes? Als nächstes kommen ein paar ... Jetzt kommen fünf Werke, die kein Mensch kennt, glaub ich. Die kein Mensch kennt, die es auch nicht auf Deutsch gibt. Ich würd gern sagen, dass Heroes absolut scheiße ist. Nee, Heroes ist noch nicht dran. Du skippst die ganze Zeit. Ist so. Das kam der nicht 2015? Ja, wir sind ... Dann kam's 2015. Heroes? Heroes. Ja, aber nach DDD. Ist so. Ach so, okay. DDD lief ja 2014 bis 2022 davor. Ich würd sagen, wir gehen jetzt mal zu DDD, oder? Ja, ich würd auch sagen. Okay. Machen wir das. So. Dead, Dead, Demons. DDD, Destruction. Cooler Titel, wie ich finde. Ja, find ich auch. Kannst du's noch mal richtig sagen? Und zwar Dead, Dead, Demons. Dead, 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 Destruction. Kevin, das ist der Punkt, an dem der Jog nicht mehr witzig ist. Hör auf. Für mich wird er für immer lustig sein. So, was ist DDD? Eine gute Frage. Wieder was sehr Eigenes. Man merkt Asanos Handschrift in dem Manga sehr, auch wenn er, finde ich, sehr viel harmloser ist als Poon Poon oder Girl on the Shore insgesamt. Ja, und das ist eine gute Abwechslung auch. Ja, fand ich auch. Also in DDD geht's ja darum, es gab anscheinend eine Alien-Invasion und die Menschheit haben gegen die Aliens gekämpft und wir begleiten die Charaktere eigentlich so Post-Alien-Invasion, wie sie versuchen, in ihren neuen Alltag zurückzukehren und was sich mit der Zeit auch alles verändert hat seit dieser Alien-Invasion. So. Sehr interessanter Take und was ich dem Werk gleich mal zugute sprechen muss. Ich hab noch nie eine Alien-Invasion oder irgendwas dergleichen in Fiktion gesehen, wo ich mir dachte, Alter, genau so stell ich mir das vor. Also, der Typ hat das so realistisch wiedergegeben, dass ich mir dachte, Alter, hat der ein reales Vorbild gehabt? So, gab's eine Alien-Invasion? Hab ich eine verpasst? Ich fand das sehr authentisch, wie nicht nur die Menschheit auf die Alien reagieren, auch die Aliens auf die Menschen meinetwegen, sondern auch den Alltag. Genau so hab ich mir vorgestellt. Nicht wie bei Man in Black oder so, wo alles unter Verschluss gehalten wird, so. Verstehst du? Sondern er hat's irgendwie geschafft, authentisch wiederzugeben, wie ein Post-Alien-Invasion-Alltag aussieht. Und ich hab ihm das 100% abgekauft. Das hat mir sehr gut gefallen. Was sagt ihr? Ich find, was Data Demons große Stärke ist, ist die Gesellschaftskritik, die's durch diese Alien-Invasion zeigt. Basically dieses, ja, wenn das jetzt passieren würde. Und lustigerweise ist es ja auch mit seiner Veröffentlichung teilweise in den Corona-Zeitraum gefallen. Und du kannst da ganz viel Parallelen ziehen. Über uns ist auf einmal ein UFO. Und das war jetzt das erste Jahr voll schlimm, das zweite auch noch. Und jetzt leben wir einfach damit und denken, ach, das UFO und die Alien-Kette, die wir umrühren. Und jetzt ist so, Digga, Corona ist ja auch nicht weg. Trotzdem, jeder denkt sich so, ach, ne Maske, Digga, Bock, kein. So, du kannst da voll viel Parallelen ziehen. Auch Twitter, beziehungsweise Social Media wird ja eingebaut. Und wie die Charaktere reagieren. Für mich einfach nur das Problem ist, Data Demons hat seinen Höhepunkt meiner Meinung nach in Band 6, 7, so in der Mitte, glaube ich. Da hat es einen erzählerisch sehr großen Höhepunkt. Es startet sehr langsam und ein bisschen verwirrend, weil es ist sehr, sehr viel Text. Zeichnerisch ist er viel, viel besser als im Höhepunkt. Ja, ich finde, er hat sich noch mal gesteigert. True. Aber ich war gar nicht zufrieden. Das habe ich dir auch schon gesagt, Laza, mit dem Ende. Ich fand, das Ende war für mich ... Das war einfach nicht zufriedenstellend. Also, da könnte ich jetzt im Detail drauf eingehen. Aber dieser kleine Alien-Junge, der wurde nicht zufriedenstellend gelöst. Das hat mir alles nicht so getaugt. In allem ist in allem ... Ich finde die Aussage von Data Demons ... Finde ich sehr stark und sehr gut rübergebracht. Ich finde das Setting ultra cool. Und ich mag manche Charaktere. Aber ... Ich glaube, dass ich Punpun als das krassere Werk insgesamt empfinde. Ja, ich glaube, das ist ... Fühle ich mich sehr ähnlich. Das ist bei den meisten so. Mich persönlich hat DDD angesprochen, weil es so eben wegen der Thematik, die ich so besonders fand und wie es sie wiedergegeben wurde, erst mal das. Und es ist ja so, bei DDD, die ersten fünf Bände, ist es ja gefühlt ein Slice-of-Life-Manga, wo man einfach nur die Charaktere kennenlernt und eben die Szenerie dargestellt wird. Ich finde es aber voll kacke, dass man den Manga so startet. Ich finde, das hätte kürzer sein müssen. Findest du ... Das war viel zu lang. Ja, viel zu lang. Das war ... Hätte man in zwei Bänden abhandeln sollen, in fünf. Ja, also es ist ja ... Später wird es eher ... Kriegt es viele Mystery-Thriller-Elemente so. Auch Krimi und Verschwörungen und so einen Scheiß. Ich sehe die Kritik, wenn für die Leute das zu langsam ging. Also es kam ja so allmählich, nicht auf einmal so hier ab Band 2, 3, 4 und hier und da ein paar Nebencharaktere eingeführt und ein paar Nebenmissionen, wo hier Aliens noch gejagt werden. Es baut sich langsam auf. Ich sehe es ein. Mich persönlich hat es nicht gestört. Ich fand es einfach super interessant. Deswegen sehe ich es, wenn andere das nicht so mögen. Aber ich fand es okay. Aber der Umschwung, auch in diesen Flashback-Arc von Ontan, Ontan, Ora Nakagawa und Kadode und der Plot-Twist, der da kam, den fand ich megageil. Vor allem im Kontrast zum bisherigen Werk. Ja, der war der Höhepunkt. Und ich finde, im Vergleich zu diesem ... Der Payoff war geil. Und dann fand ich es sehr schade, dass es am Ende meiner Meinung nach wieder abgefallen ist. So, weil es konnte mit dem Ende nicht diesen Plot-Twist entweder reproduzieren oder übertreffen. Und das war ja die ganze Zeit die spannende Geschichte, was ist eigentlich da mit Ontan passiert und diese ganze Zeitreisethematik und Veränderung. Das ist viel zu spät passiert. Und dann hat's am Ende wurde's für mich nicht zufriedenstellend gelöst. Also, ich sehe, dass das Ende von dem Alien-Jungen, der sich als Typ ausgibt, Oba hieß er oder nicht, das okay ... Propeller-Kopf heißt er. Das sehe ich, finde ich auch, hätte man besser machen können. Das Ende insgesamt fand ich eigentlich sehr cute. So mit ... Wir wollen's ja nicht spoilern, aber was da mit Ontan, Kadode und so war und wie es der Interpretation übrig gelassen wird. Ich kann's nicht aussprechen, ohne es zu spoilern. Was da halt wirklich noch mit denen war, fand ich eigentlich ganz süß. Deswegen, ich sehe die Kritik, ich sehe die Pacing-Probleme, ich sehe die Auflösung an ein paar Stellen, die nicht optimal war. Aber weil es so für mich besonders ist und weil ich den Charakter-Cast so mochte, hat mir der Manga sehr gefallen. Deswegen mag ich ihn auch mehr als Punpun tatsächlich. Okay, valid Meinung. Ich find das auch eine sehr erfrischende und coole Meinung. Und es gibt da auch kein richtig oder falsch. Ja. Weil zum Beispiel zeichnerisch ist es der Beste bis dato, von wo wir gerade sind. Aber wie gesagt, also ich muss sagen, ich würd ... Dead of Demons ist auf jeden Fall einer, den ich eher empfehlen würde, weil er verträglicher ist als Punpun. Aber ich find, Punpun hat mehr Einfluss genommen und eine tiefe Recherbe geschlagen in die Manga-Welt, sag ich jetzt mal. Deswegen find ich den ... Ich bin von beiden kein Fan. Aber ich ... Ja, es sind beides sehr gute Werke. Und ich bin grundsätzlich einfach Fan von Ontan, der Hauptfigur. Ich find die mega cool. Ich find tatsächlich ein Riesenproblem von Asano, wenn ich das jetzt mal so betrachte, die ganzen Werke, meiner Meinung nach ist, der hat nicht einen Charakter gemacht, außer den Afro-Gott, den ich einfach mag. Ja, Ontan ist schon cool und so, aber an sich, der schafft es nicht, diese Markencharaktere zu erschaffen. Weißt du, wo du an ein Werk denkst und dann denkst du an den Charakter, so Berserk, ich denk an Guts. Oder keine Ahnung. Ja, weil's halt auch einfach, find ich, ein anderes Genre ist. Dieses Genre braucht diese Charaktere, find ich, gar nicht, wo du sagst ... Bei Ponpon hat das. Ja. Aber du hast recht. Ja, aber trotzdem, ich find's halt gut, zum Beispiel, ja, sagen wir, er macht Slice of Life Manga. Dann, äh ... Was haben wir da? Yotsubato hat ja auch hier ... Ja. Keine Ahnung. Ich find halt einfach, der hat nicht ... Ich hab ein Riesenproblem damit, Manga zu enjoyen, wenn ich den Cast größtenteils nicht mag. So. Das ist auch bei The Climber mein Problem. Aber ich finde, DDD hat doch fast schon einen der besten Casts, oder findest du nicht? Ja, aber ist doch traurig, weil es ist immer noch kein sehr toller Cast. Hey, ich find den geil. Bro, ich find, der hat drei gute Charaktere, den Propellerkopf, Ontan und, äh, Kado DG, die nervt eigentlich auch. Ja, Kado DG ist auch megacool, find ich. Und was ist mit, äh, hier, dem ... Der einem, der sich ... Ah, dem, äh, dem Bruder, der fett geworden ist. Hier, Hiroshi. Okay, der ist, der, der, der ist ... Aber den hab ich auch schon wieder vergessen, guck. Den hab ich schon wieder vergessen, ja. Ja. Der war nicht remarkable genug dann. Okay. Ja, okay, gut. Wenn du das so siehst, dann ist das so, ich, wie gesagt, Ontan ist für mich ein megageiler Charakter, der, die Figur, nicht der ... Spaß, Chris, ich mag dich, aber es geht nicht um dich gerade, chill. Ähm. Egal, komm wir zu dem nächsten Werk, wo alle Charaktere peak sind. Was ist das nächste Werk, wo alle Charaktere peak sind? Bro, wenn du jetzt Heroes sagst ... Heroes. Heroes. Ach, du Kacke. Ich fad den Manga so scheiße. Ist der scheiße, Bro, der ist so scheiße. Der macht so Spaß. Ansage an Tokio Pop. Der macht so Bock. Ansage an Tokio Pop. Das ist einfach ein LSD-Trip als Manga. Ist so, ist so. Habt ihr euch gedacht? Ja. 18 oder 16 Euro, oder was ist es? Ja, es war wirklich zu viel. Für diese gewählte, abgrundtief schreckliche, nicht neben die anderen Ausgaben passende, weil zu hoch. Der ist so zwei Millimeter noch mal höher als der, so. Ja, ja, ja. Aber das ist ein generelles Tokio Pop-Problem. Ich würde mich immer freuen, wenn die, keine Ahnung, ihre Druckfirma wechseln. Bei Dead Dead Demons ist das auch so. Alles unterschiedlich hoch, Digga. Das geht. Also, nicht die Manga sind unterschiedlich hoch, aber das Tokio Pop-Logo oben ist unterschiedlich. Das ist insane. Ich kann's ja mal demonstrieren. Aber damit ich nicht nur Tokio Pop hate, Carlsen, ihr habt da bei Mr. Nobody Band 1 auch richtig verkackt. So sieht das aus. Die Band 2 und 3 sind anders. Digga, das ist insane. Geisteskrank. Manga-Kult kriegt es immer sehr gut hin. Das ist wahr. Ich kann dir das schnell nochmal kurz sagen. Ja, aber davon abgesehen, Tokio Pop, Digga, das hättet ihr euch auch sparen können. Einfach, also, ich weiß, es ist gewählt, weil es ist rote Farbe. Oh, komisch, warum das mit anderer Farbe dann nicht passiert bei anderen Manga. Aber, äh, also das Ding, also, dass ich das überhaupt gekauft hab und gelesen hab, ich hab nicht mal ein Video dazu gemacht. Eigentlich hat's mir nur Minus gebracht. Minus Zeit, Minus Geld, Digga, Minus Spaß, also, ich ... Plus Content, wir reden drüber. Ja, jetzt. Ja, aber den hätt ich jetzt auch skippen können. Nick findet das geil. Ey, ich find's nicht geil. Ich find's nicht geil. Ich find's nur sehr lustig und ich finde es, ähm, interessant und kreativ. Eins bis zehn, Nick. Dann würd ich trotzdem vier geben. Maximal. Vier, viereinhalb, sogar, ich hab sogar viereinhalb gesagt. Digga. Schlechter als Pandora Hearts, ich sag's. Kevin, viele finden, das ist nicht der beste Vergleich, viele finden Pandora Hearts sehr gut. Legit. Ja, das ist auch so, das ist so weird. Fang gar nicht erst an. Irgendwann müsst ihr das, fang gar nicht erst an. Ihr müsst es beide mal lesen und dann machen wir eine Pandora Hearts Folge irgendwann, Digga. Also, da würd ich, das würd ich gern mal machen, weil, ist Pandora Hearts wie Kingdom Hearts? Digga, Pandora. Digga, einfach nur, weil da Hearts dran ist. Pandora Hearts ist, ja, Pandora Hearts ist wie Kingdom Hearts 3. Boah. Okay, also, doch ganz gut. Okay. Boah. Missgeburt, Dreckspiel. Ähm, was ich aber sagen will, Heroes, was mich am meisten gelangweilt hat, ist dieser eine Charakter, äh, die reden ja alle so komisch zum Teil und da gab's einen Charakter, der hat so undeutlich gesprochen, Oh mein Gott, das hab ich nicht mal gelesen. Ich hab's einfach über, ich hab's übersprungen, wenn der geredet hat. Dieser Bastard mit seinen Schimmlauten. Das mach ich aber auch alle. Der ist wie du, der ist wie du, wenn du Regenbogen sagen willst. Regenbogen. Aber der macht nach jedem Ding, macht der Sch. Und die Sache ist, Digga, wie nervig ist es, dass 80% des Mangas das gleiche Kapitel ist, mit gleicher Struktur, nur, dass ich immer wieder ein bisschen was auflöste. Ganz ehrlich, das ist wie so ein schlechtes Videospiel. Das geht mir so auf den Sack, Digga. Was ich zugutehalten kann, ist, der Manga hat ja sehr, eine sehr cutesy, äh, Expression, so, es wird ja alles sehr süß dargestellt, aber es ist eigentlich voll düster, so ein bisschen wie bei Ranking of Kings, so ein bisschen. Das fand ich ganz nett, aber ich fand die Story einfach wack und die Charaktere. Und ich hatte gar keinen Spaß damit. Ja, es ist halt so eine mittelalterliche Geschichte mit so Fabelwesen und so. Mann, lass das, lass das Ding skippen. Alter. Ja, weg damit. Nicht der beste One-Shot von ihm auf jeden Fall. Äh, Heroes oder das Feld des Regenbogens? Feld des Regenbogens. Ich schreue ja. Okay. Ähm, dann haben wir hier ein paar Sachen. Oh, ein One-Shot müssen wir noch, oder ein Einzelband müssen wir noch besprechen. Da kam 2017 raus, nach Heroes tatsächlich, einer seiner aktuellsten. Rera. Downfall. Rera. Downfall. Äh. Oh, das ist auch wieder so problematisch. Da haben wir drüber geredet, Lassa, ne? Als du hier warst. Die Zeit am Abgrund, ja, darüber haben wir geredet. Da, äh, ist es so, dass ich sage, der Vorteil ist, er zeigt menschliche Abgründe, der Nachteil. Mit volljährigen Personen. Mit volljährigen Personen. Immerhin das. Das ist der Vorteil. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, ja, auch da kann man wieder kommen mit, ja, es ist halt real und so, keine Ahnung, ich feiere einfach diese ganze, diese Missbrauchsthematik nicht, mit der Ehefrau da drin, die, der sich da aufzwängt. Außerdem hat es einen komischen Beigeschmack, dass im gleichen Jahr, wo er den geschrieben hat, seine Ehe geschieden wurde, mit der Mangaka von diesem Mann. Und der Hauptcharakter auch irgendwie aussieht wie Inyo Asano. Aussieht wie er. Moment, Moment, hallo. Ich glaube, der hat erst in dem Jahr sie geheiratet. Nicht geschieden. Oder in dem Zeitraum. Das ist ja noch seltsamer. Das ist noch seltsamer, ja. Ich glaube, die kannte den Manga einfach nicht und der hat den dann gelesen. Weil mein Canon-Take ist, dieser Manga hat dafür gesorgt, dass die sich wieder scheiden lassen. Ja, ja. Das ist ... Ja, es kann auch sein, dass es einfach so wie in dem Manga war. Das ist so. Wobei ... Das ist viel zu ... Na, viel zu real. Das ist viel zu ... Du denkst dir so wirklich, das Problem an dem Manga ist und das macht ihn vielleicht auch gut. Und deswegen könnten Leute sagen, der ist goated, weil der ist so real. Das kannst du dir nicht ausdenken, Das kannst du dir nicht ausdenken, außer du steckst selbst in dieser Lage. Das ist viel zu real, aber wir reden nicht über Rollstuhl-Basketball. Wuuuuh! Super on fire! Was bit that? Geil. Aber um mal die Zuhörer abzuholen, worum geht's in ... Downfall, denn ... Um den Mangaka, der versagt. Er hat doch gar nicht versagt. Der einen Downfall erlebt. Ja, aber der versagt doch. In seinem Privatleben. Schau, es geht um einen Mangaka, der hat einen Hit-Manga veröffentlicht und wird dann depressiv, weil er nicht mehr weiß, was er mit sich anfangen soll. Er hat eine Blockade, er weiß nicht, was er als nächstes machen soll. Und ... Wie verrückt ist es, dass es in dem Manga von seiner Ex-Frau Saturn Return um eine Autorin geht, die einen erfolgreichen Roman veröffentlicht hat und jetzt eine Schreibblockade hat und depressiv wird, weil sie nicht weiß, was sie als nächstes machen soll. Das ist so krass. Downfall hat sie noch inspiriert. Inspiriert, sich von ihm zu trennen und inspiriert, diesen Manga zu zeichnen. Oh mein Gott! Win-win! Aber wie wir eben schon sagten, das kannst du dir nicht ausdenken, wenn nicht mindestens irgendwas davon in dir damit eingeflossen ist. Digga, der Main-Character, er sieht aus wie Asano. Er ist Mangaka. Ja, das ist Asano. Das ist Asano. Nein, das ist Asano. Außerdem, außerdem, heißt auch spannend, der Manga, den der Typ gezeichnet hat, heißt irgendwas mit guten Morgen, bla bla bla. Und da gibt's ja auch noch ... Das ist genau der Anspiel auf Gute Nacht Pum Pum. Der heißt sogar so den Licht, Digga. Du kannst es mir nicht erzählen. Und jetzt am Ende, Digga, wenn du einen Manga machst, wo du sagst, du bist komplett depressiv am Arsch nach einem erfolgreichen Hit und gehst dann zu Prostituierten, gehst deiner Frau fremd und brauchst die halber noch. Digga, wundere dich nicht, wenn die Frau dann wegläuft. Und wundere dich nicht, dass wir das komisch finden und vielleicht uns denken, du bist ein ganz schön verrückter Mann. Also, ich sag's euch, wie's ist. Real Talk. Also, keine Rufmord-Story an dieser Stelle. Aber wenn über Asano irgendwann komische News veröffentlicht werden, die in diese Richtung gehen, wie von anderen Mangaka, das würd mich gar nicht wundern. Ich würd hier so bedenken. Ich würd mal sagen ... Ach so, ja. War ja klar. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist sein bester Einzelband. Eben, weil er so mittlerweile ein Aus... Zählen wir Solanin als Einzelband? Es ist kein Einzelband. Ja, zählen wir das mal dazu. Ich würd sogar sagen, Downfall über Solanin. Ich nicht, aber ich verstehe. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich persönlich ... Ich find, von der Expertise her ist es sein bester Einzelband. Okay. Okay. Von der ... Ja, es ist ... Weißt du, womit ich das gern vergleichen würde? Nick fühlt es vielleicht auch. Ich hab ja ... Ich hab mal Musik gemacht. Und es gibt so zum Beispiel mein beliebtester Song, als ich den gemacht hab, das ist so ein Song, den könnte ich mir nie selbst anhören. Den hasse ich, Digga, weil da hab ich mein komplettes Leben so erzählt. So, weißt du? Und meistens sind aber diese Dinge, die ... womit du auch die krasseste Kunst erschaffst, wo du so sehr viel von dir reinsteckst. Ja. Das sind aber die Dinge ... Die du selber am wenigsten feierst von dem Output. Das kommt mit einem Preis. Ja, es kommt mit einem Preis. Safe. Das kommt mit einem Preis. So, du gibst was von dir her. Ja, ja. Und das solltest ... Da solltest du dir gut überlegen. Ja. So, ob's das wert ist. Ich find, bei Downfall merkt man einfach, wie unfassbar real es ist, dass es nicht mehr so wie bei das Feld des Regenbogens oder Sun Village, was auch immer, so auf Krampf hier eine Dramatik eingeführt wird, sondern dass man merkt einfach, der Typ fühlt das, was er macht, auch wenn's problematisch ist. Aber weil er es fühlt und weil er die Erfahrung hat, kann er es sehr authentisch wiedergeben. Und er ist auch zeichnerisch an einem ganz anderen Punkt als damals noch. Deswegen, in einem kurzen Band hat der eine ziemlich krasse Story abgeliefert. Ich hab halt Angst um seine Ehefrau. Ich bin froh, dass sie weg ist. Aber es ist ein guter Manga. Ich würd's nicht empfehlen zu lesen, wenn ihr mit Missbrauch irgendwie vorbelastet seid. Dann lasst sowieso einfach die Finger vor dem Auto. Das könnten wir eigentlich als Triggerwarnung grundsätzlich. So, den könnt ihr lesen. Hey, wobei ... Merkt ihr, dass wir die Werke am ehesten empfehlen, die am wenigsten problematisch sind? Solanin, Dedede. Ja, das ist ... Wir sind der gute Podcast. Manche würden sagen, das spricht für den Manga. Ich sage das nicht. Ich bin ein liebender Familienvater mit Sinn für Moral. Okay. Gehen wir zum nächsten. Richtig. Ich würd's sagen, wir sprechen jetzt noch über Mugina, oder? Ja, würd ich auch sagen, weil wir sind auch an einem Punkt, wo ... Danach gab's auch noch ein paar einzelne One-Shots oder so. Die alle nicht auf Deutsch bekommen, so wahrscheinlich, oder? Ja. Meint ihr Mugina, Tokio Popult Mugina? Ja, schon klug. Ich wünsche es mir. Ich denke, ich denke ja. Bitte, Tokio Pop, nicht in der gleichen Ausgabe wie Heroes. Dankeschön. Ähm, Mugina. Let's go, Kevin. Darf ich was dazu sagen? Oder Nick. Bitte, Kevin. Let's go. Ja, ich hab's gerade vor einer Stunde gelesen, fertig. Ich hab mir alle Kapitel reingeballt, als er gesagt hat, wir machen Asano-Folge. Ich so, ich kann ihn jetzt nicht enttäuschen. Ich muss jetzt noch Mugina stelllesen. Nicht so wie bei Scott Pilgrim. Willst, ja, willst du erst Nick? Also, Mugina, ich hab's noch ganz frisch. Mugina Into the Deep. Bester Manga. Ist, ähm, ein, noch mal ein riesen Upstep von Inio Asano. Äh, wenn wir schon gesagt haben, dass DDD schon besser gezeichnet ist als Punpun, dann haben wir jetzt mindestens noch mal das Doppelte an zeichnerischen Skills, die dieser Mann noch da reingelegt hat. Da sieht man mal wieder, dass Künstler sich entfalten, dass sie reifen wie guter Wein. Und so sieht DDD aus. Und ... Okay, was ... Nee, ich zeig's für die Zuschauer, du siehst es ... Ja, weil du sagst, Mugina ist noch besser. Ist es doch. Ja, ich stimme dir zu. Ich will aber dein Argument unterstützen, indem ich zeige, wie gut DDD ist. Ich hab kein Mugina-Bandar. Du hast einen. Hol ihn. Oh mein Gott, geil, Nick. Bitte pass auf, was du zeigst. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, ja. Äh, ich würd fast sagen ... Oh, in Mugina ... Ich liebe ihr Design. Das sag ich direkt. Ja, wie heißt sie denn noch mal? Ubume. Die liebe ich. Ja, das ist die beste Main-Character-Tussi, die er je gemacht hat. Definitiv. Definitiv. Aber ... Aber ja. Nein. Nein, nein, nein. Die ist viel krasser als Untan. Die ist tausendmal krass. Guckt euch einfach mal dieses Doppelpanel auch an. Es ist alles, es ist alles geil, Alter. Es ist alles ... Er ist so viel krasser geworden. Ich sag's wirklich, wie's ist. Mit diesem Manga ist er zeichnerisch für mich sogar auf nem Level, wo ich sagen kann, das kann easy mit Vagabond konkurrieren, Digga. Also zeichnerisch. Das ist für real. Ist das insane, was er da gemacht hat. Komplett selten so was gesehen. Digga, Solanin sieht aus wie Dreck verglichen damit. Ja, ja. Punpun auch, Bro. Also ... Digga, eins krank. Er hat da auch richtig geile Character-Designs. Und jetzt ... Ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, da könnt ihr wieder drüber reden. Ich möchte eigentlich nur sagen, ich hab zwei Probleme mit diesem Manga bis jetzt. Okay. Der hat nur zehn Kapitel, die hab ich gelesen. Das erste ist, ich feier's nicht, dass schon wieder irgendwelche 15-Jährigen nackt gezeigt werden, wie sie rumbimsen. Sie sind doch gar nicht 15. Und da wird extra noch gefragt, da wird extra noch gefragt, bist du 18? Und die sagt ja. Und dann sagt die Wahrheit. Und dann sagt sie, nein, ich bin 15. Und dann sagt er ... Ja, Moment, die haben die nicht miteinander rum. Okay, gut, weil ich steh auf 15-Jährigen. Ja, das ist richtig, weil er ein Wichser ist, der pädophil ist, weil er seine Reichweite ausnutzen will. Was meinst du? Aber die Mugina, die Blonde, die sie rettet, ist doch niemals 18. Natürlich. Dann zeichnet er seine 18-Jährige einfach sehr jung körperlich, Digga. Dann muss er die mal ein bisschen erwachsener zeichnen. Also ich finde, man erkennt auf jeden Fall, dass die jung ist, aber dass sie nicht minderjährig ist. Weil die Minderjährige hat man ja erkannt, die 15-Jährige. Ich finde beispielsweise beim Main-Character ... Wie heißt sie noch mal? Ubume. Auch da, da erkennst du, finde ich, nicht, dass sie vorherig ist. Digga, die ist 30, aber du erkennst es null. Aber die ist 30. Die ist 30? Um mal die Racist-Teule zu schwingen. Da nehme ich den Kritikpunkt ... Da nehme ich das komplett zurück. Da hat er alles richtig gemacht. Aber dann ist mein einziger noch Kritikpunkt aktuell, dass ich finde, in den 10 Kapiteln, die es gerade hat, er müsste jetzt mal langsam anfangen, die Story ... Ein Ziel für die Story zu ... Eine Richtung einzuschlagen. Sorry, du One-Piece-Fan, Digga. Nein, 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 nein. Ich finde, das ist ein Welle-Take. Ich finde, das ist wirklich ein Welle-Take. Ja. Also ich liebe dieses Werk, aber ich finde auch, der einzige Kritikpunkt ist, dass man in den ersten zwei Dritteln gar nicht checkt. Was ist denn jetzt überhaupt die Story? Aber in dem letzten Drittel und in den letzten Chaptern sieht man schon, worauf es langsam hinführt. Was da sich für eine Gruppe bildet. Es geht um Auftragskiller, quasi gesagt. Es geht um ausgestoßene Menschen der Gesellschaft, die keine Rechte mehr haben, die als Auftragskiller des Weiteren arbeiten für andere, sei es für Politiker oder andere hochrangige Figuren, die sie halt für Aufträge nutzen. Wieder ein ganz anderes Thema, immer ein ganz anderer Take von bisherigen Werken. Komplett. Was ich geil finde, Asano probiert sich aus und ich finde, er ... Charakter-Designs verrückt. Er macht eine Punktlandung wieder. Man denkt, er hat die ganze Zeit nur so was gemacht. Das ist jetzt wieder so eine Art Action-Sanen-Manga. Voll geil. Mit ganz viel Gesellschaftskritik wieder. Ist so. Auch sehr, sehr, sehr nice. Wer hätte gesagt, dass er das direkt gekriegt? Diesmal TikTok und ich Twitter. Ja, diesmal TikTok, true. Okay. Trick-Trick heißt es, glaube ich, im Manga. Ähm ... Ja, ich muss sagen, Lazar, du kannst es natürlich jetzt als One-Piece-Fan bezeichnen, aber ich hab gemerkt, ich bin einfach ein Fan davon, wenn Dinge ein Ziel haben. Ich bin Fan davon, dass in Alice in Borderland von Anfang an klar ist, du willst rausfinden, was ist das Borderland? So, das muss ja nicht mal so eine offensicht ... Du bist mit einem Berserk, Digga. Was geht mit Grimpen ab? Es muss einfach ... Ich brauch ein Ziel, Digga. Und wenn ich das Ziel nicht hab, dann ist es für mich ... Das nervt ein bisschen. Und das ist auch das Problem, was er bei Dead at Demons zum Beispiel hatte. Er ist viel zu spät, und da hat er sich wieder zu viel Zeit gelassen, auf den Punkt gekommen, dass wir wissen wollten, Digga, die Aliens, was geht ab mit Ontan? So, und ich möcht einfach nicht, dass er sich jetzt wieder vier Bände zeigt. Es wär schön, wenn das nach zwei Bänden ging. Einfach mal das Ziel klar zu machen. Der Manga ist ja jetzt so ziemlich zwei Bände lang. Ja, jetzt genau zwei Bände, ja. Und wie Nick schon meinte, es fängt an, sich abzuzeichnen, wo es hinführt. Ähm ... Ich glaube nicht, dass er denselben Fehler machen wird. Deswegen gedulde dich noch ein bisschen, Kevin. Ähm ... Aber du würdest nicht mal die Kritik zulassen, dass es keine Richtung einschlägt und dass es das langsam tun sollte. Ich finde es schon, dass es valid ist. Ich finde das schon valid, was Oro sagt. Ich finde das valid, wenn man so etwas bevorzugt. Aber ich finde, es gibt Werke, die davon profitieren, dass sie sich erst mal aufbauen. Das Land der Juwelen ist genauso ein Manga. Du checkst fünf Bände lang nicht, was da abgeht. Und, ähm ... Ich finde, in Mujina wird erst mal die Stadt ... Eigentlich wie der DDD anfangen. So, erst mal wird die Prämisse dem Leser deutlich ... Hat so ein bisschen Cyberpunk-Vibe, ohne diesen krassen futuristischen Background. Aber diese Gruppe ist so ein bisschen so ... Es ist ein Vibe bisher. Die Außenseiter zusammen. Und ich mag auch bis jetzt den älteren Dude, bei dem sie jetzt sind. Der ist ... Er ist nicht der übertriebenskranke Perverse, aber er ist noch fein. Er könnte so ein nicer Dad werden. Richtig. Es ist ein Vibe. Die Struggles werden gezeigt. Es wird erst mal etabliert, was diese Welt überhaupt ist. So wie bei Akira am Anfang. Und im Hintergrund braut sich allmählich etwas zusammen. Und der Manga ist jetzt an diesem Zeitpunkt, wo er diesen Umschwung schaffen sollte. Weil, wie ihr sagt, bei DDD war das ein bisschen spät. Okay, sehe ich. Ich glaube nicht, dass das bei Mujina so sein wird. Warten wir die nächsten paar Kapitel ab. Ich glaube, er macht das ganz gut. Bisher ... Und für mich hat er das bisher großartig gemacht. Für mich auch. Ich checke, wenn die Leute jetzt allmählich wollen. Er hat es bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Viel, viel besser als Data Demons. Nur meine Sorge ist halt, wie gesagt, es wird sich zeigen. Es hat Potenzial definitiv, wenn's ... Ich hoffe halt, dass es eine längere Sache wird. Ja, stimmt. Es ist ja nicht mal klar, wie lang das wird. Das weiß man bei ihm auch nie. Das gefühlt generell in Japan, man weiß nie, ist das jetzt was Längeres oder machen die One-Shots. Das ist auch voll oft bei Urasawa, wusste man das nicht. Ob jetzt sein Mujiruji, ob das mehr als sechs Kapitel haben wird oder nicht, wusste man voll lang nicht. Das Ding ist, ich hoffe, es wird lang. Und wenn er jetzt manche Fehler vermeidet aus vorheriger Werken, hat es das Potenzial für mich, der beste Asano-Manga überhaupt zu werden. Ich stimme zu. Und vor allem einer der bestgezeichnete Manga überhaupt. For real. Und das ist insane. Weil so eine Kunst, zeichnerisch, kriegen wir heute eigentlich nicht mehr. Und das ist nämlich das Ding. Guck mal, was sonst noch released. So, weißt du, in der New Gen. Weil so ein Inoue released einmal alle sechs Monate ein Real-Kapitel. Kriegen wir eigentlich nicht mehr so wirklich. So, weißt du? Also, Toriyama zeichnet auch nicht mehr. So wär's so. Ich find, Dandar dann halt mitunter die krassesten Zeichnungen, die wir aktuell noch kriegen. Sakamoto, DRCL. Der ist noch drüber, aber auch knapp. Weil Mujina Into The Deep ist schon auch so ein Sprung, wo ich sag, damit hat Asano sich zu einem der besten Manga zeichnet. Definitiv. Definitiv. Also, wenn ihr Gute Nacht Punkt und Krass gezeichnet findet in dieser Manga. Ja, das sind Welten. Das sind wirklich Welten. Das kommt hier wirklich schon an Inoue-Werk ran, ne? Also, mit den Sachen. Nicht nur ist er viel besser gezeichnet, auch dieses Problem mit den schwarzen Balken und so. Ist ja längst weg. Ist komplett weg. Ist komplett weg. Er nutzt den Platz komplett aus Perspektiven und alles. Und wie oft arbeitet er mit Doppelseiten in dem Werk? Junge, was zum Fick. Auch die Speedlines sind besser gezogen. Was mich am meisten fertig macht, ist, erstens, wie unfassbar cool die Charakter-Designs teilweise sind. Ich hab schon wieder ihren Namen vergessen. Aber ihr wisst. Ubume. Ich lieb die, Digger. Und wisst ihr, was er auch geschafft hat? So einen ganz eigenen Drip für die Kleidung der Mujinas zu machen. Diese Schuhe beispielsweise, die die haben. Diese Springschuhe und so, ne? Das erinnert mich sehr stark an den Drip, den Toriyama damals für Trunks hatte. Ey. Ganz ehrlich, so eigene Kleidungsstile, das ist auch noch mal ein Talent eigentlich. Also, rein zeichnerisch, finde ich, hat Asano mit diesem Manga in elf Kapiteln seine gesamte Bibliografie angeknallt. Ja. Jetzt schon. Also, zeichnerisch jetzt schon. Und deswegen ist das mein Lieblingswerk already. Von Ima-Sama. Geh ich mit, geh ich mit. Ich hab tatsächlich, ich hab dem jetzt auf einer Liste eine 8,5 gegeben. Aber ich seh das Potenzial auf dem Neukaufen. Ich seh das Potenzial auch auf eine 10. Aber es entscheidet sich halt, wie's weitergeht. Was für eine Länge wird er weiter haben? Welche Story wird's eingehen? Ähm, aber allein Zeichnung und charaktertechnisch sind wir hier schon mal im ganz oberen Feld dabei. Und Potenzial technisch. Und Potenzial auch noch, ja. Richtig. Kann man, wie gesagt, noch nicht zu viel dazu sagen. Es sind erst zwei Bänder draußen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich verfolge diesen Manga sehr gerne. Vielleicht wird's sein bester Manga. Mal sehen. Hoffen wir's. Wenn's richtig geil läuft, holt sich jemand, der nicht Tokio Pop ist, die Lizenz. Uff. Ich hab sogar einen Guess. Manga-Kult. Manga-Kult wäre geil. Aber alle Asano-Werkäße sind doch bei Tokio Pop. Ja, erstens das. Ich glaub, die haben da so einen kleinen Vorteil in den Verhandlungen. Und zweitens hat Manga-Kult schon so viel Banger in der Kiste, Digga. Also, die haben, glaub ich, gar nicht ... Ich würd's am liebsten tatsächlich, aber ich würd's gerne in einem Carlson-Format sehen. Sag ich auch. Ja, Mann. Das wär auch dope. Hauptsache ... Oder wenn Tokio Pop es macht, bitte mach mal so, dass es wenigstens mit deinem Logo zusammenfasst. Es muss auf jeden Fall mindestens diese Größe hier haben. Nicht das kleine Format. Weil das ist das gleiche Problem wie bei Vagabond. Safe, bro. Safe. Du brauchst es in groß. Du brauchst es in groß. Safe. Safe. Würde ich in allen Belangen im Leben auch sagen. Das ist so ... Ich find's geil. Ich find, das war eine richtig gute Asano-Talk. Wollen wir jetzt zum Ende noch mal in die Fragen reingehen von den Rolls? Wir haben hier alles abgehandelt. Einer hat gefragt, das wollt ich gern unbedingt beantworten, und zwar Endream. An wen von euch drei gehen die 20 Euro unter der letzten Folge? Ach ja, unter der letzten Folge hat uns jemand in den Kommentaren 20 Euro. Danke, danke, danke. Dankeschön. Aber da kann ich direkt beantworten an die Cutter. Wir kriegen gar nix von den einen. Falls Leute denken, dass wir mit dem Podcast Geld verdienen, nein. Wir verdienen nix mit dem Podcast. Wir verdienen nichts. Wir zahlen teilweise drauf. Es geht alles an die Cutter. Haben sie sich auch verdient. Wobei, wir haben ganz viele Kommentare gekriegt, dass unser Cutter in der letzten Folge unsere ganzen Befehle nicht ausgeführt hat. Das war aber unsere Schuld, weil wir haben ihm das gefühlt, fünf Minuten, bevor er los musste, gegeben. Diesmal, da kann er nix für. Er ist eigentlich ein süßer Typ, und er macht alles supergut. Shoutouts an Gorch und Skrälscher. Frage an Uru. Kannst du mal ein Monster Hunter-Video machen? Ich würde, aber ich würde niemals das Monster Hunter-Video von Neek Beats übertreffen können. Deswegen, äh, zu Try Ultimate, also würde ich es lieber lassen. Ähm. Ey, äh, warte mal, warte mal. Da ist die Messlatte wortwörtlich hochgesetzt, oder? Ey, äh, Neek, weißt du, was ich appreciaten würde, Digga? Was denn? Wenn 2025 Monster Hunter Wilds rauskommt, dann machen wir erstens eine Podcast-Folge. Bis dahin hat Lazar Hovillet jetzt. Und dann machen wir noch eine Review zusammen, ja? Und dann machen wir eine Review, aber in dem Stil, Digga. Wir stellen die Kamera auf vier hin, Digga. Bitte lass uns das machen. Ey, das wär so goated. Ist gültig, ist gültig. Monster Hunter Wilds, das wird so ein Grinder, nehm ich mir zwei Wochen Urlaub, Digga. Ich schwöre, das, 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 also, da geh ich nicht duschen, nicht essen, nix, Digga. Da will ich einfach nur reichen. Okay, du, check ich. Weil das Zeitverschwendung ist, wenn man jagen muss, Digga. Weil das Digga ist, die Monster ist scheißegal, wie du riechst. Bro, ist scheißegal. Besser, du riechst nach Dung, dann rennst du dich weg. Die nächste Sache ist, Ninplay fragt auch schon, wie häufig duschst du in der Woche. Aktuell jeden Tag. Aber wenn Monster Hunter released wird, gar nicht. Boah, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen ekelhafter geworden. Ich tatsächlich gerade jeden dritten Tag. Hat das einen Grund? Weil ich durch den Final Fantasy Grind tatsächlich gar nicht rausgegangen bin seit einer Woche. Ja, ich bin seit einer Woche nicht draußen gewesen. Und dann denke ich mir auch, so brauche ich ja gerade. Also, klar, mal so kurz so für einkaufen, aber mehr nicht. Es gibt so Leute, die auch extra nicht duschen, weil sie ihre Haut anpassen wollen daran, dass sie nicht jeden Tag ... Wäre eigentlich auch mal praktisch, wenn du irgendwann im Dschungel ausgesetzt wirst. Aber das wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich sein. Ähm, Thema Duschen. Okay, ja, so jeden zweiten Tag bei mir ungefähr. Ich gehe oft ins Gym, dann dusche ich eh. Äh, ja. Im Sommer ist es jeden Tag, im Winter so jeden zweiten Tag. Jedenfalls, der Typ, der letztes Mal das Rätsel gemacht hat, hat es aufgelöst. Hat es aufgelöst. Ja. Für alle, die die letzte Podcast-Folge gesehen haben, wir haben vier Szenarien bekommen, die uns beschrieben wurden. Und wir sollten erraten davon, welches das Erfundene war. Die drei anderen waren tatsächlich ... Was hatten wir noch mal gesagt? Ihr hattet gesagt, das ist mit der Azuma, ne? B, hattet ihr gesagt? Wir hatten alle das gleiche. Nein, nein, ich hatte gesagt D. Nick sagte B, Kevin und ich sagten B. Und B war das, äh, Fake-Szenario. Yay. Sollen wir noch mal das Rätsel machen? Habt ihr Bock? Welches war? B oder D? B war das Fake. B war das Fake-Szenario. Die Namen der Manga sind A war Jojo, C war Destined to be eaten within a year by the Pradesh's Heroine. D ist Shinriyaku, Ika Musume. Ja, und B war Fake. Egal, das sind wieder so Manga-Technik. Aber da steht doch die richtige Antwort. Das ist D, die Story von Mimi, die Hexe, ist ausgedacht. Nee, 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 du bist beim nächsten Quiz schon. Aber jetzt hast du schon die richtige Antwort gesagt, also können wir es jetzt nicht machen. Passt. Perfekt. Lasar, wer ist dein Bios und Freude? Ich wollte es gerade vorlesen. Warte, hier. Ganz kurz. Sana von Twice. Das ist mein Bios. Gut. Habt ihr Dune 1 und 2 gesehen? Oh ja. Du hast den zweiten im Kino geguckt? Ich habe tatsächlich, am Samstag war ich im Kino mit meiner Frau und zwei Stunden vorher habe ich mir erst den ersten reingeschaut, damit ich die ultimative Experience habe. Das heißt, ich habe den geschaut und dann den. Wie fandest du? Ich bin jetzt halt sehr krass verwöhnt von Worldbuilding, weil George R.R. Martin ist wahrscheinlich der beste Worldbuilding-Mensch der Welt. Du meinst Manga. Möchtest du das schon sagen? Mann, ist der beste Worldbuilding-Mensch der Welt. Und ich glaube, Dune ist so eine Sache, die musst du entweder öfter schauen oder du musst das Buch lesen. Weil was mein Riesenproblem mit den Filmen ist, die sind schon geil, die sehen heftig aus. Bildgewalt, Soundtrack, Hans Zimmer, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber mein Problem ist, die Filme holen dich nicht so wirklich ab. Die schmeißen dich in die Welt. Ja, ja, true. Und verlangen einfach, dass du weißt, was gerade abgeht, ohne es dir zu erklären. So ein Herr der Ringe, ein Harry Potter, was weiß ich, ein Star Wars, die haben wenigstens alle dir erklärt, was gerade der Grind ist. Damit du ... Dune erklärt dir nichts, Digga. So, und das finde ich ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, wenn man da reindickt und es vielleicht öfter schaut oder was liest oder Google etc., dann hat man hier eine richtig krasse Geschichte. Aber willst du das machen müssen, damit du einen Film so krass appreciaten kannst? Weil ich denke mir so, ich würde eigentlich gerne nur die Filme schauen und das müsste genügen, weißt du? Es gibt ... Wenn mich ein Film so krass catcht, vom ganzen Vibe her, dass ich Bock hab, da noch reinzudicken, ist es geil für mich. Weil dann hab ich noch mehr Content. Aber bei Dune war es jetzt aktuell nicht so, dass ich gesagt hab, ich muss jetzt reindingen. Vielleicht mach ich's irgendwann mal, aber ... Ich freu mich, wenn es die Möglichkeit gibt, reinzudicken und mehr zu erfahren. Aber ich find's ein bisschen scheiße, wenn's Voraussetzung ist. Okay. Und es war's so ein bisschen. So, weißt du? Fand ich jetzt. Was ist, eurer Meinung nach, der beste Ark von Berserk? Haben wir da alle die gleiche Meinung? Ist es offensichtlich oder ... Der Millennial ... Ja, Millennium. Okay, jetzt müsst ihr aber erklären, warum es nicht Golden Age ist, weil das die Standardantwort ist. Weil er der Bestgezeichnete ist, meiner Meinung nach. Oh, das stimmt. Und weil es alles, was Golden Age hat, hat und mehr. Quasi, ja. Es hat nämlich diese Mini-Eclipse so noch mal, die quasi dann im Band 14 von der Ultimate Edition, glaub ich, stattfindet. Äh, Band. Die auch noch mal sehr heftig ist. Ja, ich bin mir sicher, das ist Band 14. Und, ähm, Lazar, vergiss nicht, wie viele gute neue Charaktere über die Zeit dazugekommen sind. Das stimmt. Ich find, der Charakterkast hat sich gemessert. Ja. Sepiko, voll geil. Zeichnerisch ist ... Ich würd auch Golden Age akzeptieren, aber ich find's ein bisschen langweilig. Das ist halt der große Höhepunkt bis dahin. Deswegen sag ich ... Aber insgesamt, ja, Millennium Falcon geht nicht. Wenn Golden Age gezeichnet wär wie Millennium Falcon, dann würd ich sagen, Millennium Falcon. Und, was ganz lange Potenzial hatte, der beste Arc zu werden ... Ja, genau. Äh, was ganz lange Potenzial hatte, der beste Arc zu werden, war, äh, der aktuellste, wie hieß denn der, Fall ... Phantasia? Nee, wie hieß denn der? Phantasia, aber da war das Ende für mich nicht zufriedenstellend. Aber Phantasia war ein richtig erfrischender Arc. Ich fand den richtig nice. Ich hab sogar noch diese belanglose Insel, wo dieses Meermonster drin war, hab ich noch im Kopf. Wie sie auf die Insel kamen und in den Häusern war niemand. Und dann wurde das alles gesteuert von diesem Vieh. Und das war so krass, dieser Kampf mit den Meerjungfrauen und so. Ich fand den geil. Alleine, ich find Phantasia hat das Single-beste Berserkapitel aller 375 Kapitel oder so. Und zwar das, äh, Kaska-Kapitel, wo sie replayt. Ach so, das Ende. Das ist für mich das allerbeste Berserkapitel. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen ist ... Ähm ... Ja, was haben wir hier noch? Glaubt ihr, Gege Akutami stößt allmählich auf das Madara-Oshia-Problem mit Tsukuna? Zur Klarstellung, als Naruto geschrieben wurde, war Madara so stark, dass es unglaubhaft wurde, dass er sogar besiegt werden konnte. Ich find ... Boah, kann ich kurz, bevor wir über JJK reden, diesen Naruto-Take entkräften? Ich find, der ist hart. Ja, ja, klar, mach. Ich find den Ultra-Cap, ähm, das ist so ein Gerücht, das Kishimoto Madara angeblich zu stark gemacht hat. Und dann sagen sie, deswegen hat er Kaguya eingeführt, die noch stärker ist. Aber eigentlich ... Die wurde doch auch besiegt. Ja, wurde doch auch besiegt. Ähm, vor allem, wenn Kaguya deswegen eingeführt wäre, das wär doch voll blöd. Ich mein, Naruto und Sasuke haben literally davor die Kraft von Hagoromo bekommen. Er hätte einfach nur es so schreiben müssen, dass sie jetzt stärker sind als Madara. Also, es gab Möglichkeiten, so. Kaguya war nicht dafür gedacht. Und, ähm, war's unglaubwürdig? Man müsste viel zu weit ausholen. Ich finde, der gesamte letzte Part vom War-Arc hatte Probleme. Das hat aber nichts mit Madaras Stärke per se zu tun, eigentlich. JJK ... Aber wir sind uns schon alle einig, dass Madara der Endboss hätte sein sollen. Ja, doch, ich find da auch. Ich find Kaguya ... Ich find Kaguya vom Prinzip her ist eigentlich ein ganz cooler Charakter, auch von ... Wo sie sich hat inspirieren lassen, also Kishimoto bei ihr. Ähm, aber das hätte man in Boruto schieben können. Ja. Ja, hätte es auch. Ähm, was JJK betrifft, ich bin nicht aktuell. Ich bin totgespoilert. Ich weiß so ziemlich ... Jedes Chapter höre ich, was da abgeht. Da lohnt sich's doch gar nicht mehr, Digga. Wieso sollst du's dann ... Ich hab meinen Spaß an Jujutsu Kaisen verloren. Echt? Würdest du sagen, du warst so ein großer Fan? Ja. Bist du aktuell? Ja, ich mochte dir zu Kaisen richtig kennen. Ja, ich glaub, wir beide haben aufgehört zu lesen als ... Ich hab meinen Spaß verloren. Als, äh, ja. Ja, ich hab noch so fünf Chapter weitergelesen. Ich auch, aber dann irgendwann was ... Das lag auch nicht mal daran, weil ich bin der Letzte, ohne jetzt was zu spoilern, aber ich bin der Letzte, der aufhört was zu lesen oder rumholt, war ein Charakter, den er mag, stirbt, weil ich mochte den Charakter nicht mal. Aber ich fand's einfach dumm gelöst. Also, das hat mir aber nicht gefallen. Jo. Ähm ... Kann leider nix dazu sagen. Wann tanzt Niek im Podcast den Käse? Hä? Was heißt das, Bro? Das ist auch so ein Witz aus Aiblali-Zeiten damals, äh, schon bestimmt sechs, sieben Jahre alt. Ich weiß nicht. Finde ich nicht mehr witzig. Und, äh, sag ich nichts mehr zu. Okay. Okay, ich weiß nicht, was der Käse ist. Also, also, nicht. Also, wir nicht. Es war, es war eine, war eine Reaktion auf, äh, ähm, wie, wie hieß dieses Format nochmal, äh, hilf mir, hilf mir. Äh, und da hat irgend so einer so einen Käse getanzt. Und das war auf jeden Fall ganz witzig, so für zwei Wochen. Aber jemand findet's halt auch noch sieben Jahre witzig. War anscheinend sehr witzig, glaube ich. Ähm, irgendwas hatten wir hier doch noch. Äh, seid ihr Team Hausschuhe, Barfuß oder Team Socken, wenn ihr zu Hause seid? Schau, ich bin, ich bin Team Socken, auch wenn ich grad Hausschuhe anhabe. Aber das liegt daran, weil das so ein orthopädischer Hausschuhe ist mit einer Einlage obendrauf. Bro, du bist so extra, das ist geisteskrank. Ich bin, ich bin auch. Das Ding ist, Laza wird von jeder Mutter da draußen geliebt. Das ist geisteskrank. Das ist so. Wirklich. Das ist ein richtig gepenklicher Schügersohn. Ich bin, ich bin auch Team Socken, allerdings, äh, trage ich meistens Hausschuhe, weil wir Fliesen auf dem Boden haben und das ist dann kalt an meinen Tiefen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als wenn das gesamte Haus aus Teppich besteht und ich mir keine Socken anziehen muss. Ich werde nur barfuß. Ja, bro, bro, Teppich, das wäre goated. Aber ist auch immer schwierig mit Katzen, weil die machen überall Haare, dann die so basteln. Ich weiß nicht, ich finde barfuß ist es, ich würde am liebsten auch barfuß nach draußen gehen. Ganz komischer Take. Ich weiß, bro, du bist voll auf barfuß. Vor allen Dingen, was ich auch, jetzt, pass auf, jetzt wird's eklig für alle, äh, hygienisch und auch für Laza. Ähm, also nicht, dass ich nicht hygienisch bin, aber es gibt ja so Leute, die bestimmte Sachen überhaupt nicht akzeptieren. Ähm, wenn ich Paket bekomme und ich hab keine Socke oder so an, dann geh ich einfach barfuß durchs Treppenhaus und zum Briefkast oder zum Paket und wieder hoch. Ich bin auch mal barfuß in den Kiosk gegangen. Ey, Junge. Ja, sogar die Füße dann sauber machst, ist okay. Ich, äh, ich, 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 ich find, du, du rockst halt einfach den Grind, der Hauptcharakter aus Fire Emblem Fates. Ich, äh, ich möchte was sagen. War, ja, ich möchte sagen, warum hast du jemanden Final Fantasy XV gespoilert? Was bist du denn für ein Wichser, Digga? Ich, ich hab's gespoilert, letzte Folge. Da schreibt einer, ich, der literally vor drei Tagen Final Fantasy XV angefangen hat zu zocken, weil er Lust hat, diese Games auch mal zu spielen. Komplett out of nowhere wird von La Saga gespoilert. Oder wir haben ganz Final Fantasy VII letzte Folge gespoilert und ich halt zusätzlich noch 15. Ja, aber das ist neu. Und, äh, die Story ist nicht neu. Apropos Final Fantasy VII, Oro, hast du weitergespielt schon oder bist du noch ... Ja, ich hab weitergespielt, aber ich bin noch in Kapitel 4, Digga, weil es gibt so viel zu tun, Bro. Es gibt so, also, ich bin ... Und das Ding ist, ich hab's da ein bisschen wie du. Ich hab halt Angst, dass ich was verpasse, wenn ich nicht alles mache von Chatly, diese ganze Scheiße, Digga. Und, weil, da, 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 da plant sich ja auch schon an, dass da dann Sidequests entstehen, wenn du diese ganzen Energie-Dinger ... Es ist ein Game in einem Game in einem Game. Wenn du nachher ein Goldsaucer bist, Bro, du kannst fünf Stunden im Goldsaucer verbringen. Ich hab aber beschlossen, und das ist so geil, weil ich hab's überlegt, was kommen so demnächst für Games raus, die ich zocken will, ne? Dann ist mir aufgefallen, das nächste Game, was ich zocken will, ist wirklich eigentlich gerade, wenn's mir so einfällt, ist eigentlich erst Monster Hunter nächstes Jahr. Das heißt, ich kann mir super viel Zeit lassen, Digga. Und ich werd mir auch Zeit lassen, weil ich hab keinen Bock, das in zwei Wochen durchzudingsen, und dann hab ich wieder nix mehr davon, weil ich hab voll lang auf das Spiel gewartet, und dann will ich mir jetzt einfach Zeit lassen. Also, du kannst easy peasy 100 Stunden da drin verlieren, ohne irgendwas doppelt gemacht zu haben. Und das ist das Geile an diesem Game. Das kommt nachher auch ein Charakter ... Hast du das ... Du hast es damals ja als Original gespielt, ne? Ich ja nicht. Und ich wusste nicht, dass es diesen Charakter gibt, aber es gibt wirklich Oru in Final Fantasy. Catchy. Den muss ich mir jetzt nachschauen. Warte mal. Catchy. Wie heißt ... Wie schreibt man den? Also, Kate ... Also, Kai ... Wie Katz. Ach, du meinst ... Ah, spricht man den so aus? Ja, der wird ... Ich glaub, der heißt ... Der wird Catchy ausgesucht. Nein, da steht tatsächlich Sprache Catchy. Nee. Ich wusste das so nicht. Aber ... Das bin wirklich literally ich. Das ist literally me, Bro. Das bin einfach ich. Das ist wirklich geil. Der King ... Ich hab was dagegen, was das Catchy heißt. Aber ich hab gerade richtig gelektiert, weil ich wusste nicht, dass man den so ausspricht. Aber das stimmt, das steht hier auch. Okay, krass. Der heißt Kate Siff. Nein, er heißt nicht Kate Siff, er heißt Katschi. Tatsächlich. Ähm, apropos Katzen. Krass. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich habe sowohl Nicks Katzen gesehen, als auch Kevins Katze. Stimmt, Lazava. Einen Tag, nachdem er bei dir war, bei mir. Das hab ich im Stream ... Also, ihr habt im Stream schon gemacht. Aber dann wollte ich den Stream nachgucken, aber Uro lädt seine VioDs leider nicht hoch. Schade. Nee, ich vergesse mal, die freizuschale. Ich muss da noch einen Knopf drücken. Mach mal. Ich wollte mir den Stream im Nachhinein anschauen, aber war da noch nix da. Ist lustig geworden. Und ich muss sagen, Kevin ... Mir wurde in meinem Stream geschrieben, während ihr gestreamt habt, die Jungs machen gerade eine Waifu-Tierlist ohne dich. Wie gottlos ist das? Ich war kurz enttäuscht. Ich war wirklich kurz enttäuscht. Eine Waifu-Tierlist ohne mich. Es war keine Tierlist. Wir haben einfach nur ... Wir haben keine Tierlist gemacht. Guck mal, wir haben in mein Regal geschaut und haben aus jedem Werk die Waifu gesagt. Ach so. Das ist doch keine Tierlist, Bro. Ja, da hat wieder Twitch, hat er übertrieben dann. Wir können aber mal eine Waifu-Tierlist machen in der nächsten Folge, oder so? Darf ich mein Take über eure Katzen zu Ende sagen? Okay, sorry. Du kennst doch meine gar nicht. Die ist einfach weggewandt, Bro. Okay, Ari. Erstens, du hast über Paliko gecappt, Kevin. Er ist voll cool. Ja, das stimmt. Ja, weil du nicht da schlafen musstest. Was hat Paliko denn Nacht bei dir gemacht? Also, was kann ... Die ganze Zeit kam er. Und dann hat er geguckt, sie ... Was auch immer. Also, und dann war ich so, ich hab mich umgedreht, aber dann saß sie vor meinem Gesicht. Dann hab ich mich in die andere Richtung gedreht, saß sie auch vor meinem Gesicht. Und besser hab ich so was, als ich sie streicheln wollte, die sich unter das Bett fettet. Die man denkt, als ich sie streicheln wollte, ist sie dann weggerannt. Dann setz ich doch nicht vor mein Gesicht. Also, ganz ehrlich, frech. Felina und Rio waren auch cool. Und Kevin, deine Katze kann ich leider nicht beurteilen, weil sie nicht lohn ist. Ist weggerannt. Ja, ja. Aber die flieht nur vor sehr männlichem Öl. Also, für ... Fühl dich sehr froh. Das Testosteron ist ... Passiert. Junge. Empfehlung der Woche. Jetzt müssen wir uns nur noch ... Sehen wir uns bald zu dritt. Auf der LWM. Ja, müssen wir auch endlich mal ein Foto machen. Ja, safe. Empfehlung der Woche. Ich hab eine. Soll ich anfangen? Ja. Ich empfehle euch einen Comic. Der kommt erst in zwei Wochen raus. Aber Panini. Nein, Spaß. Also, ich empfehle tatsächlich einen Comic. Der ist ganz cool. Das ist Riddler, das erste Jahr. Da bin ich schon auf TikTok immer kurz empfohlen. Und jetzt sag ich euch, was daran so geil ist. Habt ihr The Batman gesehen, Jungs? Ja. Robert Pattinson. Der Schauspieler vom Riddler hat diesen Comic gemacht. Paul Dano. Und deswegen sieht der Riddler auch aus, wie der Riddler aus dem Film. Warte, hat den gezeichnet? Das ist quasi die Vorgeschichte. Er hat die Story gemacht. Gezeichnet hat sie, der andere Dude. Und das ist die Vorgeschichte von dem Riddler aus in dem Batman-Film. Cool. Und das ist mega, mega. Boah, den werd ich mir holen, glaub ich. Den werd ich mir holen. Der sieht richtig cool aus. Goated. Ich find auch Riddler mit einer der besten Batman-Charaktere. Ich lieb den. Ich find's auch cool, dass der jetzt das Spotlight kriegt. Und darauf warte ich schon sehr lange, weil dieser Comic wurde angekündigt mit dem The Batman-Kinofilm-Reviews, Bro. Also, der ist jetzt schon drei Jahre, warte ich auf das Ding. Und kommt am 26.03. Hast du schon gelesen? Weißt du eigentlich, ob die Batman-Filme da weitergehen mit Robert Pattinson? Also, ob das auch eine Triologie sein? Also, der zweite wird jetzt zumindest, glaub ich, gedreht. Ob's eine Trilogie wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kriegt der Pinguin ja eine eigene Serie. Okay. Also, eine Serie. Der Pinguin aus Gotham? Der Pinguin aus The Batman. Ah, okay, okay, krass. Hast du den Comic gelesen? Zur Hälfte erst. Also, Comics lese ich nicht so schnell wie Mangas tatsächlich, weil auf einer Comic-Seite viel mehr passiert als auf einer Manga-Seite, weil die halt auf Dna 4 ausgelegt ist. Und deswegen ... Ja. Außerdem, ich will das immer mehr so genießen, weil so ein Comic ist für mich wie so ein Steak. Da hat man eigentlich so einen Scotch dazu immer, ne? Ja, genau. Das ist wie so ein Steak. Und ein Manga ist wie so ein geiler Burger. Okay. Aber bisher gefällt er dir. Ja. Und ich kann ihn auf jeden Fall alleine, Digga. Ich find das einfach so cool. Das ist, als würde jetzt ein Batman-First-Year-Comic rauskommen und da würde Robert Pattinson mitmachen an der Story. Das ist halt einfach irgendwie cool, dass der Schauspieler da so committed ist. Ja. Was ist denn eure Empfehlung? Let's go, Nick. Meine Empfehlung ist ein Manga, und zwar XXXHolic. Über den wolltest du reden. Und über den will ich irgendwann mal reden. Ich hab den nicht da. Das ist der. Worum geht's denn da? Es geht um Okkultes. Es geht um Wahrsagen, Sternzeichen und Spirituelles. Aber alles auf einer sehr nachvollziehbaren Ebene. Und unser Hauptcharakter grätscht da so ein bisschen rein, weil er Geister sehen kann. Und er würde den Fluch gerne loswerden. Aber er begreift nachher den Preis, was es heißt, etwas loszuwerden, was einen ebenso großen Wert haben muss, um es auszutauschen. Und der erste Band ist so ein bisschen Slice of Life einführend in dieses ganze Business. Und ich kann mir vorstellen, dass es da nachher noch ein bisschen so mit Paralleluniversen geht, Zeitreisen, also all das, was so dieses Sinnbildliche für Übernatürliches ist. Alle, die das feiern, werden daran Spaß haben. Es wurde von vier Mangaka geschrieben, von dem Team. Wie heißt es, Lazar? Clamp. Clamp. Oh, ah! In den 2000ern. Genau. Und das ist das Erste, was wir jetzt endlich mal in einer schönen Auflage hier nach Deutschland bekommen. Und Funfact, Kevin, das ist der einzige Seinen-Manga von Clamp. Die meisten anderen sind Shoujo. Okay, werde ich mir den wahrscheinlich auch mal dazu. Ich mag den Artstyle extrem. Man sieht richtig, der kommt aus den 2000ern. Ich finde die Charaktere bisher schön. Der braucht keine Sexualität. Der braucht keine weirden Dinge. Er spielt mit seinen Elementen und funktioniert dadurch und macht das interessant. Bisher finde ich sehr nice. Und du liest wirklich viel an diesem Band. Also wie viel kostet der steht denn drauf? Wann das 10 Euro, Lazar? Ich glaube, das waren 12. 12 Euro für ein Doppelband. Und ich schwöre, ich habe safe zweieinhalb Stunden gelesen. Weil super viel Text, aber auch alles interessant. Und macht Spaß. Ist sehr cool. Ich freue mich auf die nächsten. Wird in zehn Bänden, glaube ich, abgeschlossen. Cool. Meine Empfehlung der Woche ist ... Keine Musik. Habe ich dich so traumatisiert, dass du jetzt denkst ... Also ich habe ein neues K-Pop-Album, aber ich empfehle es jetzt diesmal nicht, weil ich will dich ja nicht belasten. Meine Empfehlung ist ein Manga, den wir nie empfohlen hat. Und Levin. Davor ein Freund von mir aus Wieselgang. Smoking behind the supermarket. Ich habe Band 1 gefunden. Ach der. Du hast den in den ersten noch gekriegt? Ja, ich habe ihn neulich geholt. Geil. Wieso ist der vergriffen? Nee, aber ... Nee, der war einfach weg im Manga-Mafia in Köln. Und ich wollte Lazar den eigentlich holen. Und dann hat er sich aber den zweiten schon mitgenommen. Und dann meinte er, guckt bei sich zu Hause, ob er den ersten noch kriegt. In Düsseldorf habe ich ihn noch gefunden. Okay, geil. Cool, weil Slam Dunk hast du da ja nicht gefunden, das eine Mal, als wir ... Ja, war wohl ein sehr gefragter Manga. In sechs. Der Manga war leider zu gefragt. So, deswegen konnte ich nicht holen. Ja, schon verrückt, dass es Slam Dunk nicht gab, aber Smoking behind the supermarket. Die Megalizenz des Jahres. Ähm, ist ein Manga über einen Angestellten, der sich mit dem Mädel trifft und hinterm Supermarkt einer raucht. Ja, und die verkleidet die Kippe raucht. Und dann kommen sie ins Gespräch. Und es ist wirklich ein richtig, richtig nice Werk. Und ich wusste, dass Slasar gefallen wird, als ich das gelesen hatte. Ich habe nur bisher den ersten Band gelesen, den zweiten lese ich nachher. Ähm, wobei ich sagen muss, ich feiere beim zweiten nicht. Also, ich finde, äh, ich finde, ich verstehe schon wieder die, die, die Farbgestaltung nicht. Warum macht man dunkelrot auf dunkelblau, Digga? Wird das jetzt immer im Wechsel kommen, so, oder machen die noch andere Farben rein? Ich verstehe manchmal einfach die Farben der Spines nicht bei den Leuten. Das ergibt alles kein Problem. Ich würde sagen, weswegen Kevin nachts nicht schlafen kann. Ähm, richtig. Cooler Vibe, cooler Slice of Life Manga, hat Spaß gemacht, kann ich empfehlen. Leute, über eineinhalb Stunden Folge mal wieder für euch. Richtig rausgehauen hier. Witteschön. Ähm, dafür könnt ihr jetzt mal auf unseren Spotify gehen und eine knackige Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Ich finde es linkt, dass ihr nichts zu meinem Shirt gesagt habt. Und auf YouTube, äh, Daumen hoch. So, ne, wie, wie ihr Lust habt, wie lustig seid. Das ist einfach ignoriert. Ähm, das war das Intro und jetzt kommt What's Up. Fertig. Abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt What's Up. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren geilen Folge. Thema haben wir sogar, glaube ich, oder? Haben wir? Haben wir? Ah, ah, ja, Dings, äh, na, lass mal nicht. Na, lass mich sagen. Entscheiden uns immer um. Stimmt, ja, okay. Ciao. Bis dann, Freunde, stand twice, tschüss.